Damit setzen wir in der Tagesordnung beim Punkt 14.15 in gemeinsame Behandlung fort. Hier wird zunächst die Anhörung der Vertrauenspersonen passieren. Dann könnte der Änderungsantrag eingebracht werden und dann gehen wir die Fraktionsrunde. Die Vertrauenspersonen. Herr Hartmann. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte. Ich möchte kurz das Bürgerbegehren für vier verkaufsoffene Sonntage aus besonderem Anlass Ihnen näher bringen. Wie ist die Situation? Chemnitz, SPD-regierte Oberbürgermeisterin, drei verkaufsoffene Sonntage. Leipzig, SPD-regiert vier verkaufsoffene Sonntage. Zwickau, Radeberg, Auerbach, Markleberg, Thorgau. Das sind nur die Städte, in denen die SPD die Verantwortung hat. In fast allen, nein, in allen sächsischen Mittelzentren gibt es verkaufsoffene Sonntage. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass diese Städte nicht nur eine touristische Bedeutung haben, sondern dass sie auch eine Oberzentrenfunktion für das Umland ausüben. Und dieser Verantwortung ist Dresden über viele Jahre gerecht geworden. Wohlgemerkt, aus besonderem Anlass auf vier im Jahr beschränkt, insbesondere auch mit Blick auf die Adventszeit, weil es auch schwer zu erklären ist, warum die Weihnachtsmärkte geöffnet, aber die Geschäfte geschlossen sind. Im letzten Jahr gab es eine veränderte Situation. Die Stadt Dresden, die Verwaltung, hat eine Vorlage mit vier verkaufsoffenen Sonntagen eingebracht. Es gab eine Diskussion auf die Reduzierung auf zwei verkaufsoffene Sonntage, die insbesondere von der Fraktion Die Grünen geführt worden ist. Und das Ergebnis waren am 12. Dezember keine verkaufsoffenen Sonntage in der Landeshauptstadt Dresden. Diese Verordnung ist auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses am 19. Dezember veröffentlicht und am 8. Januar 2015 im Amtsblatt öffentlich bekannt gegeben worden. Das war der Grund, warum wir darüber nachgedacht haben, als Einreicher und mit der Gründung des Bürgerstimme e.V. und mit vielen Unterstützern uns des Themas angenommen haben, darüber zu diskutieren und ein Begehren anzuschreiben, in dem die Dresdnerinnen und Dresdner die Möglichkeit haben, sich dann selbst zu entscheiden, ob sie verkaufsoffene Sonntage in Dresden wollen oder nicht. Wir sind also mit Anzeige am 30. Januar diesen Jahres in ein Bürgerbegehren eingetreten für vier verkaufsoffene Sonntage in Dresden aus besonderem Anlass und wollen, dass die Dresdnerinnen und Dresdner im Rahmen eines Bürgerentscheides über diese Frage selbst entscheiden können. In sechs Wochen haben wir 25.000 Unterschriften gesammelt, davon 20.932 gültige. Bis heute liegen 27.300 Unterschriften vor, geprüft und gültig 22.800. Das erforderliche Quorum für ein Bürgerbegehren liegt in Dresden bei 21.786 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, das heißt 5%. Das notwendige Quorum, meine sehr geehrten Damen und Herren, liegt Ihnen heute als erreichtes Quorum vor. Die Entscheidung dieses Begehrens hat eine Wirkung nicht für das Jahr 2015, sondern so wie es die sächsische Gemeindeordnung vorsieht, eine Bindung für die Jahre 16, 17 und 18. Das ist der Zeitraum, der die Bindungswirkung eines solchen Bürgerentscheides zur Folge hat. Sollte die Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner dann in einer Entscheidung, in einem Bürgerentscheid mehrheitlich dieser Auffassung sein, wäre das die erklärte Zielsetzung für unsere Stadt, eine Verpflichtung für die Verwaltung und eine Verpflichtung für diesen Stadtrat. Für 2015, meine sehr geehrten Damen und Herren, würde es eines erneuten Stadtratsbeschlusses bedürfen, falls am 7. Juni, so unser Ziel, dieses Bürgerentscheid durchzuführen, eine Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner für vier verkaufsoffene Sonntage entscheidet, dann ist es nicht die Aufhebung des geltenden Beschlusses im Jahre 2015, sondern es bedarf dann im Stadtrat, wahrscheinlich erst nach der Sommerpause, einer Diskussion, wie man gegebenenfalls im Jahr 2015 damit umgehen würde. Aber in jedem Fall entfaltet es die Bindung für die anstehenden Satzungsentscheidungen oder Verordnungsentscheidungen für die Folgejahre 16, 17 und 18. Der Stadtrat hat heute über die Zulässigkeit dieses Bürgerbegehrens zu entscheiden. Ich habe sehr aufmerksam für die Einreicher dieses Begehrens zur Kenntnis genommen. Eine Diskussion, die von viel Verständnis und tiefem Bedauern geprägt war, dass wohl 800 Unterschriften zum Stichtag des 12. März gefehlt haben und damit ja wohl offensichtlich die notwendigen Quoren nicht erreicht worden sind. Mit großem Bedauern. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, es muss ja nicht beim Bedauern bleiben, denn Sie haben die Möglichkeit, heute über diese Frage zu entscheiden. Sie haben die Möglichkeit, zum einen festzustellen, mit den heute gürtig vorliegenden 22.800 Unterschriften, dass das Bürgerbegehren zulässig ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit, falls Sie rechtliche Bedenken haben, von der Möglichkeit eines Ratsbegehrens Gebrauch zu machen, so wie es § 24 Absatz 1 Sächsische Gemeinderordnung vorsieht, sogar in einem vereinfachten Verfahren. Wenn zwei Drittel dieses Stadtrates die Entscheidung treffen, dass 22.800 Unterschriften der Dresdnerinnen und Dresdner ausreichend sind, für ein solches Interesse die Bürgerschaft entscheiden zu lassen, können Sie heute mit einem Ratsbegehren den Weg freimachen. Der Stadtrat kann hier den Bürgerwillen akzeptieren. Die Frage ist, will er das? Jeder Stadtrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, steht heute vor der Frage, ganz persönlich, wie ernst nimmt er das Votum von 22.800 Dresdnerinnen und Dresdnern, die selbst über dieses Thema entscheiden wollen, von denen nicht jeder gesagt hat, dass er die verkaufsoffenen Sonntage will, aber mehr Bürgerbeteiligung, die viele von Ihnen anmahnen, einfach auch mit einer eigenen Entscheidung versehen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele von Ihnen haben sich zu der Frage von mehr Bürgerbeteiligung in unserer Stadt geäußert. Einige von Ihnen auch über die Frage des Umgangs mit verkaufsoffenen Sonntagen. Sie erlauben mir stellvertretend Martin Schulte-Wissermann zu zitieren, der sagte, die Stadt ist zum Benutzen da, wenn der Zoo oder der Striezelmarkt an den Sonntagen geöffnet haben, wieso sollte man dann die Ladentüren schließen? Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, so weit gehen wir nicht, aber gerade im Advent und aus besonderem Anlass hat er recht, da sollte man auch die Möglichkeit geben, die Läden zu öffnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, parteiübergreifend, die Unterschriften von 22.800 Dresdnerinnen und Dresdnern zu akzeptieren und den Weg freizumachen für eine Entscheidung der Bürgerschaft. Sie haben heute und hier die Gelegenheit, mit zumindest einem Ratsbegehren diese Gelegenheit zu eröffnen. Sie hinterlassen sonst den Eindruck, dass der Bürgerwille nur dann gefragt ist, wenn Sie meinen, dass die Meinung Ihnen genehm ist. Ich glaube nicht, dass Sie das wollen und insoweit appelliere ich an Sie, machen Sie den Weg frei, damit Dresdnerinnen und Dresdner selbst über eine Frage entscheiden können, die in Sachsen, in Deutschland, ein übliches Verfahren ist. Herzlichen Dank. So, wird von den Einreichern des Änderungsantrags noch gewünscht, den vorzustellen? Herr Dr. Franz, bitteschön. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich bringe den Änderungsantrag von CDU und FDP ein, der, insofern kann ich mich kurz fassen, dem Rechnung tragen soll, was Christian Hartmann hier als Sprecher des Vereins vorgetragen hat, um diesen Weg freizumachen. Und deswegen bitte ich Sie, in den Punkt 2 eine kleine Änderung vorzunehmen, die wir hier mit einbringen, und zwar, indem Sie anstelle der Worte des Beantragten eines Bürgerentscheides schreiben, dass die Ziffer 2 unseres Änderungsantrags lautet, da, ich lese es vor, der Stadtrat beschließt die Durchführung eines Bürgerentscheides für vier stadtweite verkaufsoffene Sonntage im Jahr und bestimmt als Tag des Bürgerentscheids den 7. Juni 2015. Meine Damen und Herren, wenn diese Ziffer 2 eine Mehrheit von zwei Dritteln in diesem Hause erreicht, dann ist es ein stadtratsinitiiertes Bürgerbegehren, und es würde den Fragen, die einige von Ihnen auf der linken Seite zum Problem gemacht haben, dass es sich hier um ein kassatorisches Bürgerbegehren handeln könnte und nun, wenn man zustimmen würde, rechtswidrig handeln würde. Ihren rechtlichen Gewissensbissen, ich werde dann nachher noch mal sagen, dass die sicher, dass sie diese nicht haben müssen, aber den kann man einfach dadurch umgehen, dass man sagt, nehmen wir als Stadtrat die Sachen selbst in die Hand, beschließen wir dieses Bürgerbegehrens, lassen Sie uns die zwei Drittel Mehrheit hier erreichen, damit, und ich wiederhole das, der Bürger über diese Frage entscheiden kann, dass nicht Gerichte hierüber entscheiden, sondern das, worauf Sie auf der linken Seite immer ganz besonderen Wert legen, nämlich die Bürgerbeteiligung an erster Stelle. Wenn Sie dem nicht gehen, wissen wir, wie Sie es meinen, deswegen meine Bitte, stimmen Sie dem Änderungsantrag so, wie er vorliegt, zu. Ich darf jetzt schon ankündigen, Herr Erster Bürgermeister, dass wir bitte den Punkt 1 und die Punkte 2 und fortfolgende jeweils getrennt abstimmen, also ein Block, zwei fortfolgende und eins getrennt, damit das auch so passieren kann, wie ich es eben dargestellt habe. Vielen Dank. Applaus So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde, es beginnt die SPD-Fraktion, Herr Dr. Lames. Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Bürgerbegehren ist, Christian Hartmann hat das nicht so ganz präzise formuliert, hat so ein bisschen drumherum gesprochen, aber dieses Bürgerbegehren ist unzulässig. Das ist die Auffassung der Stadtverwaltung und das ist auch unsere Auffassung. Das liegt daran, dass es ein kassierendes Bürgerbegehren ist und was das angeht, da kann ich nur sagen, lesen Sie nach bei Paul Mahr, ja, das Sams sagt auch immer genauer wünschen. So wie man die Frage formuliert, ist sie entweder kassierend oder nicht, Sie haben sie so formuliert als Antragsteller, dass sie kassierend ist, weil nämlich die Einwirkung auf 2015 mit umfasst ist und es ist doch völlig klar, wenn dieses Bürgerbegehren Erfolg hätte im Bürgerentscheid am Ende, dann würde doch sofort als nächstes verlangt werden, dass noch in diesem Advent die Läden geöffnet werden. Das ist doch völlig klar und auch politisch für jeden nachvollziehbar. Ich will Ihnen auch mal sagen, was das mit Fristen im Rechtsleben ist. Wir sind hier, das sollten alle wissen, in einem anderen Bereich, wir sind nicht im Bereich der politischen Opportunität, sondern wir sind in einer rechtlich gebundenen Entscheidung hier. Und ich hatte selbst mal in anderer Situation, hatte ich mal ein Rechtsmittel, das einzulegen war, bis zum 30.10.00 Uhr. Und eingegangen ist es per Fax am 31.10.00 Uhr um 0.02 Uhr. Wir haben es als unzulässig verworfen. Das ist so und ich würde es Ihnen nicht sagen, wenn nicht der Bundesgerichtshof das genau als richtig angesehen hätte. Und an den zwei Minuten hing es, so ist das mit Fristen im Rechtsleben, die sind dann zwingend und dann kommt man nicht dran vorbei. Und hätten wir es nicht verworfen und hätten wir es behandelt, dann wäre es falsch gewesen und hätten wir es sehenden Auges falsch gemacht, dann wäre es eine Rechtsbeugung gewesen. Dafür kriegt man Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr und mit Rechtskraft der Verurteilung ist das Amt automatisch weg. Das ist die Wirkung von Fristen im Rechtsleben und so ist es nun mal. Zum Zweiten, die Zweidrittelmehrheit. In der Tat, die könnte man herstellen hier, um ein sogenanntes Ratsbegehren herbeizuführen. Jetzt gucke ich mal, was in dieser Stadt seit 1990 schon alles geschehen ist, ohne Ratsbegehren. Da sind die Stadtwerke fast zur Hälfte verkauft worden, ohne Ratsbegehren. Da sind die Stadtwerke fast zur Hälfte dann wieder zurückgekauft worden, auch ohne Ratsbegehren. Da ist der Komplettumbau des Kulturpalastes beschlossen worden, ohne Ratsbegehren. Da ist Kraftwerk Mitte auf den Weg gebracht werden, ohne Ratsbegehren. Da sind auch die WOBA-Wohnungen verkauft worden mit der WOBA. Und obwohl das hier beantragt war, ohne Ratsbegehren gemacht worden. Und jetzt ist die Frage, ist es wirklich eine Frage von diesem Rang, dass das Ratsbegehren rechtfertigt, wenn man 6, 12 oder 18 Stunden zusätzliche Ladenöffnungszeit hier haben will, bei einer Ladenöffnungszeit von 3000 Stunden im Jahr. Also das ist sicher nicht mit dem Gewicht. Und dann liegt es auch noch an der Fragestellung. Da muss man mal ganz deutlich sagen, dieses Bürgerbegehren klärt letztlich gar nichts. Es klärt gar nichts. Denn da wird Bezug genommen auf den Fall, dass die Sonntagsladenöffnung in rechtlichem Umfang zulässig ist. Und das ist wiederum eine Entscheidung, die vollständig dann der Stadtrat zu treffen hat, die also die gesamte Problematik, um die ja auch gestritten wird, wieder in den Stadtrats zurückverlagert. Wir haben bis heute eine ausgesprochen umstrittene Rechtslage im Freistaat Sachsen. Und sie kommt nur deswegen auch nicht zu einer Erklärung, weil insbesondere klageberechtigte Verbände, also Gewerkschaften und andererseits die Kirchen gesagt haben, wir dulden bis zu vier Sonntage und klagen dann nicht im Jahr. Aber die Rechtmäßigkeit ist überhaupt nicht festgeschrieben auf diese Weise. Das heißt, der komplette Streit würde, auch wenn das so beschlossen würde, wieder in den Stadtrat verlagert. Das ist eine Entscheidung, die die Stadt nun wahrlich nicht voranbringen würde. Wer hier nämlich als Bürger auftritt, und das ist es, das sind zwei Parteivorsitzende, die ein zusätzliches Mittel der Opposition wollen. Und das ist auch nicht tauglicher Gegenstand eines Ratsbegehrens zur Klärung einer wirklich fundamentalen Frage. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Cornelius. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die AfD-Fraktion wird sich für eine Unterstützung des Änderungsantrags der CDU aussprechen, und zwar zum einen aus rechtlichen Gründen und zum anderen aus politischen Gründen. Was Sie, Herr Dr. Lahmes, eben bei den Ausführungen zu den Fristen unterstellt haben oder als unproblematisch gegeben angesehen haben, ist ja die Frage, ob es hier wirklich um ein kassatorisches Begehren handelt oder einen kassatorischen Bürgerentscheid, der auf das Begehren hin folgte. Das begegnet aber doch Zweifeln. Die Frage wäre ja, würde sich ein erfolgreicher Bürgerentscheid in der Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom Dezember 2014 erschöpfen? Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr wird erst durch einen erfolgreichen Bürgerentscheid die Gestaltungsmöglichkeit, die Option, zusätzliche Rechtsfolgen durch zusätzliche Eröffnungszeiten zu schaffen, von dem Bürgerentscheid herbeigeführt. Insofern ist das Ergebnis sicherlich anders als das, was der Stadtrat beschlossen hat im Dezember durch Ablehnung des alten Antrages, aber darin alleine erschöpft sich die Sache nicht. Zum Zweiten, und das ist der politische Punkt, ist auch bekannt, dass wir uns für stärkere Elemente direkter Demokratie einsetzen. Ich muss dazu sagen, ich selber bin, was die inhaltliche Frage angeht, durchaus auf der skeptischen Seite. Ich könnte auch mit weniger als vier offenen Sonntagen leben, aber gleichwohl halte ich es für richtig, bei einem Thema, das offensichtlich doch so viele Dresdner bewegt, dass sie dafür so viele Unterschriften gesammelt haben, abgegeben haben, die das Quorum sogar in der kurzen Frist von drei Monaten fast ganz erreicht haben, dass es dann politisch die richtige Entscheidung ist, diese Entscheidung auch durch den Bürger treffen zu lassen. Wir sollten also die Chance ergreifen und einer Frage, die offensichtlich für eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt so wichtig ist, ihnen auch die Entscheidung dafür in die Hand zu geben, auch wenn das Ergebnis vielleicht anders ausfällt, als wir uns das persönlich jeweils vorstellen. Dankeschön. FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Erster, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, in dieser Stadt sprechen, vor allem in diesen Tagen, in den letzten Monaten, alle und jeder von mehr Bürgerbeteiligung und von direkter Demokratie. Wir reden nicht bloß darüber, sondern wir haben es einfach gemacht. Wir haben es getan zu einem Thema, was die Menschen bewegt und was Jahr für Jahr zu hochemotionalen Debatten hier in diesem Stadtrat geführt hat und wo wir gesagt haben, auch weil die Abstimmung hier immer sehr knapp gewesen ist, dass wir diese Entscheidung in die Hände der Bürgerinnen und Bürger legen wollen. Wir haben deswegen in einer überparteilichen Initiative als FDP zusammen mit CDU, aber eben auch großen, wichtigen gesellschaftlichen Kräften im Citymanagement, der Industrie- und Handelskammer, Handelsverband, Tourismusverband, DEHOGA und auch den Freien Bürgern gemeinsam darum gekämpft, um in einer schnellen Zeit die notwendigen Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Exakt haben wir 27.239 Stimmenunterschriften bekommen. Die Stadtverwaltung hat bis zum gestrigen Abend davon genau 22.822 als gültig anerkannt. Damit haben wir zum heutigen Zeitpunkt fast genau 1.000 Stimmen mehr, als wir für das gesetzlich vorgegebene Quorum benötigen würden. Noch niemals zuvor sind in dieser Stadt so viele Stimmen in so kurzer Zeit bei einem Bürgerbegehren gesammelt worden. Genau das gibt uns die Chancen. Genau deswegen sind wir auch so schnell gewesen, am 7. Juni, dem Tag der Oberbürgermeisterwahl, eben nicht nur über eine neue Stadtoberhaupt abzustimmen, sondern die Bürgerinnen und Bürger mit zu befragen, ob sie an den vier Sonntagen stadtweit öffnen wollen oder eben auch nicht. Das ist doch sehr praktisch. Das kostet die Stadt auch gar nicht mal mehr Geld. Warum nutzen wir das nicht? Die Menschen sind sowieso an die Wahlurne gerufen. Nutzen wir die Chance und zeigen wir, was wir tatsächlich als Stadtrat von echter Bürgerbeteiligung halten, meine Damen und Herren. Dass wir sehr stolz auf dieses Ergebnis sind, das werden Sie sich vorstellen können. Denn aus unserer Sicht manifestiert es zwei Dinge. Erstens, dass wir tatsächlich ein Thema, Herr Dr. Lahmes, gefunden haben, was doch komischerweise eine Menge Menschen in dieser Stadt interessiert. Und zweitens, das ist noch viel wichtiger, wie hoch das Interesse an mehr Mitbestimmung und mehr Mitsprache in Wirklichkeit in dieser Stadt ist. Und meine Damen und Herren, das sollten wir alle respektieren und nicht irgendwie versuchen, dem auszuweichen. Trotzdem, das sage ich ganz ehrlich, bin ich, sind wir sehr irritiert, weil wir niemals, liebe Kollegen von SPD, von Linken, na Linke, von SPD, Grüne, Piraten, auf die Idee gekommen wären, dass gerade Sie, die Sie das Thema direkte Demokratie, Partizipation, Mitbestimmung, Teilhabe, seit Jahren wie eine Monstranz vor sich her tragen, dass Sie auf die Idee kommen könnten, einem Bürgerentscheid, was so viele Stimmen als Unterstützung bekommen hat, am Ende nicht zuzustimmen. Das hätte ich beim besten Willen mir nicht vorstellen können. Alle Parteien in diesem Stadtrat, alle haben unisono stets und immer sich für mehr Bürgerbeteiligung und für mehr direkte Demokratie ausgesprochen, weshalb wir ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass, wenn wir dieses Forum schaffen, Sie natürlich auch entsprechend zustimmen würden. Richtig ist, Herr Löser, richtig ist, dann kommen wir doch mal zur Sache. So viel juristischen Sachverstand habe ich mir inzwischen auch angeeignet, lieber Herr Lahmes. Richtig ist, dass es unterschiedliche Bewertungen zur Art des Bürgerbegehrens gibt. Das ist ja bei Juristen immer so. Zwei Juristen, drei Meinungen. Das haben wir auch genauso in diesem Fall. Das ist nun mal in der Natur der Sache. Die Stadtverwaltung hält unser Bürgerbegehren für kassatorisch. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Ich habe es aus der Zeitung erfahren, durch einen Anruf eines Journalisten, anderthalb Wochen später, kriegte ich von Herrn Sittel ein Schreiben, wo nach drin stand, ja, wir halten es für kassatorisch. Warum? Wurde noch nie gesagt. Wir halten es, meine Damen und Herren, und viele andere Juristen in dieser Stadt übrigens ganz genauso, eben für nicht kassatorisch, weil, wie es gesagt wurde, unser Bürgerentscheid sich an die Jahre 2016, 2017, 2018 widmet. Und, meine Damen und Herren, da steht genauso drin. Und noch niemals haben wir in dieser Stadt über die Sonntagsöffnung in den Jahren 2016, 2017 oder 2018 gesprochen. Da sind wir uns doch wohl einig. Meine Damen und Herren, ein Bürgerbegehren durchzuführen, ist richtig kompliziert. Deswegen hat der Gesetzgeber etwas ganz Einfaches gemacht. Er hat nämlich gesagt, ein Bürgerbegehren ist noch keine Wahl. Deswegen gibt er uns, Sie haben es Opportunität genannt, deswegen gibt er uns die Möglichkeit, als Stadträte frei darüber zu entscheiden, ob wir es für kassatorisch halten, ob wir es für zulässig halten, ob wir ihn trotzdem auf dem Weg halten. Weil es eben genauso kompliziert ist, können wir das machen. Es ist am Ende eine Frage, wie Sie es bewerten. Und Sie selbst, meine Damen und Herren, haben es schon getan. Nämlich damals vor drei Jahren bei dem Bürgerbegehren, was Sie selbst zu den Krankenhäusern angestoßen haben. Heute ist Ihnen die juristische Einschätzung ... ... Heute plötzlich, ich komme gleich zum Schluss, ist Ihnen die juristische Einschätzung der Stadtverwaltung heilig. Plötzlich, sonst ist es ja immer CDU gesteuert und die machen sowieso nicht richtiges. Heute plötzlich sagen Sie, die haben es recht. Sie haben damals hier im Stadtrat mit Mehrheit entschieden, obwohl die Stadtverwaltung gesagt hat, es ist unzulässig, obwohl Juristen, es gab ein Gutachten, wissen Sie vielleicht noch, gesagt haben, es ist unzulässig, haben Sie gesagt, hm, sind doch eine Menge Stimmen zusammengekommen, wir lassen das Volk doch entscheiden. Ich habe noch einmal, das zum Schluss, lieber Herr erster Bürgermeister, noch einmal die Debatte vom 3.11. mir genau angeschaut. 3.11. 2011. Dresden Fernsehen hat ja genau diese Mitschnitte noch da. Ich möchte mit einem Zitat schließen und zwar mit einem Zitat schließen von Ihnen, lieber Herr Jens Hoffsamer, weil eigentlich ist das genau das, was wir jetzt brauchen. Sie haben damals gesagt, ich glaube an dieser Stelle an die Überzeugungskraft unserer Argumente, machen wir auch. Und ich bin bereit, diese öffentliche Auseinandersetzung im Rahmen eines Bürgerentscheides nach außen zu vertreten. Und wir werden sehen, wie die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu diesem Thema entscheiden. Und diesen Mut sollten wir haben, einzugehen. Und deswegen werden wir uns heute nicht, weil es unzulässig sein sollte, nicht gegen die Zulässigkeit aussprechen, sondern das Bürgerbegehren unterstützen, im klaren Vertrauen auf unsere Argumente. Genau so stehen wir heute auch hier. Bitte stimmen Sie uns zu, geben Sie sich in Druck. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauls. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich will auf das, hatte ja schon angekündigt, noch mal eingehen, weshalb wir denken in der Tat, es ist kein kassatorisches Bürgerbegehren. Welchen Beschluss, welcher Beschluss, den müssten Sie nur sagen, soll denn kassiert werden? Der Beschluss, der Beschluss, den wir gefasst haben, im Dezember letzten Jahres, heißt, ich habe es mir extra noch mal raussuchen lassen, alle Verkaufsäulen dürfen von 12 bis 18 Uhr dürfen am Sonntag, den 6. Dezember und so weiter. Kein Mensch will diesen Beschluss kassieren. Kein Mensch will diesen Beschluss kassieren. Es ist ja etwas im Sinne des Bürgerbegehrens. Sondern das, was wir wollen, ist etwas mehr. Dazu verhält sich dieser Beschluss nicht. Die Verwaltung hat, die Verwaltung hat, das hat sie erkannt. Dann in der Begründung zur Antragsfrist gesagt, ja, die Verwaltungsvorlage war ja mehr. Die Verwaltungsvorlage damals war ja mehr. Und weil der Stadtrat weniger beschlossen hat, als die Verwaltungsvorlage, das ist das Kassatorische. Meine Damen und Herren, nur mal eine Kontrollüberlegung, dass das schlicht Unsinn ist. Ich sage es mal so deutlich. Wenn die Stadtverwaltungsvorlage genau so gewesen wäre, wie Sie es dann beschlossen haben, wie wir es beschlossen haben, dann wäre doch das, was uns den Rahmen gibt zu handeln, nicht ausgeschöpft. Und das sind die Bestimmungen, auf die sich der Beschluss, nämlich die Satzung, immer beruft, das sind die Rechtsgrundlagen, nämlich Paragraf 8 Absatz 1 Satz 1 und Satz 4 in Verbindung mit Paragraf 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen. Dort ist die Anspruchsgrundlage, da ist die Rechtsgrundlage. Und mit dieser Logik würde dann sein, jeder Stadtratsbeschluss, der hinter der Ermächtigung zurückbleibt, egal ob wir ihn dann hundertprozentig von der Verwaltung beschließen oder nicht, würde dann ja nach dieser Logik behaupten, dass wir etwas kassieren. Wir kassieren aber etwas, was stadtseitig gar nicht da ist, sondern, und das ergibt sich dann aus der Gemeindeordnung, es ist nur dann kassatorisch, wenn wir einen Stadtratsbeschluss kassieren. Den gibt es hier nicht, meine Damen und Herren. Und das ist der Hintergrund, weshalb es hier mitnichten kassatorisch ist. Und Herr Dr. Lahmes, das ist eben der Punkt. Da fällt Ihre Argumentation eben zusammen. Es ist nicht kassatorisch. Und deswegen haben wir ein Jahr zu lang Zeit, beziehungsweise der Verein Unterschriften zu sammeln. Sie sind jetzt da, meine Damen und Herren. Deswegen lassen Sie uns zustimmen. Ich kann Herrn Zastrow nur zustimmen. Sie alle sind, und das tragen Sie bei jeder Diskussion vor, wir sind für Bürgerbeteiligung. Und selbst wenn Sie sagen, gut, das ist das, und da komme ich auch noch mal zurück auf das Bürgerbegehren zu den Krankenhäusern, da haben Sie gesagt, es gibt hier einen rechtlichen Beurteilungsspielraum. Jawohl, den gibt es. Und den habe ich Ihnen aufgezeigt. Und deswegen, meine Damen und Herren, im Sinne für Bürgerbeteiligung, lassen Sie uns das Ganze umgehen. Dann kriegen wir eine Zweidrittelmehrheit. Und dann machen wir das, wofür Sie immer eintreten, hier und heute. Ist das, ist es Zeit zu sagen, meinen Sie, Sie ist ernst mit Bürgerbeteiligung, oder ist es Bürgerbeteiligung nach Gutsherrenart, nur dann, wenn es mir in den Kram passt und sonst nicht. Meine Damen und Herren, das ist der Punkt. Vielen Dank. Als nächstes, Fraktion Die Linke, Herr Scholbach, bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, der Stadtrat hat am 12. Dezember mit den Stimmen von Linken, Grünen, SPD und Piraten eine wichtige Entscheidung getroffen. Wir haben der ausufernden Kommerzialisierung Grenzen gesetzt und im Sinne der Sonntagsruhe entschieden. Und heute ist nun über die Frage zu befinden, ob das gegen diese Entscheidung gerichtete Bürgerbegehren von CDU und FDP die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Ist dies der Fall, dann hat ohne Wenn und Aber ein Bürgerentscheid stattzufinden. Und wenn nicht, dann muss ohne Wenn und Aber die Unzulässigkeit des Begehrens festgestellt werden. Die gesetzlichen Regelungen für Bürgerbegehren haben übrigens nicht Linke, Grüne oder SPD aufgestellt, sondern CDU und FDP im Sächsischen Landtag. Und ob das CDU-FDP-Bürgerbegehren diese Regeln erfüllt, haben nicht Linke, Grüne und SPD geprüft, sondern die Stadtverwaltung mit Dirk Hilbert und Detlef Sittel an der Spitze. Und dass FDP-Hilbert und CDU-Sittel gemeinsame Sache mit Rot-Rot-Grün machen würden, das kann niemand ernsthaft behaupten wollen von Ihnen. Die Stadtverwaltung ist bei ihrer Prüfung zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt. Ich zitiere, das Bürgerbegehren ist unzulässig, weil das zur Durchführung eines Bürgerentscheides erforderliche Unterschriftsquorum nicht erreicht wurde. Zitat Ende. Und jetzt etwas zu der Frage Kassierung des Entscheides vom 12. Dezember. Da behaupten Sie hier, das sei nicht Kassieren. Und wir beziehen uns ja auf 2016 bis 2018. Dazu, ich habe nämlich ein kleines Archiv zu Hause, habe da alles reingelegt, was Sie so gesagt haben. Ich zitiere mal Herrn Zastrow bei der Ankündigung des Bürgerbegehrens. Da hat er Folgendes gesagt, hätte die Mehrheit einem Kompromiss zugestimmt, würden wir das nicht machen, sagt FDP-Fraktionschef Zastrow. Aber alle Einkaufssonntage zu streichen, war eine Provokation. Und daraufhin wurde das Bürgerbegehren gestartet. Und jetzt noch etwas zur Fragestellung. Ich sage Ihnen das, das ist ganz einfach. Man schaue auf die Fragestellung. Sie formulieren den Entscheidungsvorschlag, vier verkaufsoffene Sonntage wieder einzuführen. Und dieses wieder einzuführen, setzt, denkt notwendig, vorher eine Abschaffung voraus. Und weil Sie sich auf unsere Abschaffung beziehen, haben Sie die Dreimonatsfrist ausgelöst. Meine Damen und Herren, die gesetzlichen Voraussetzungen sind also nicht erfüllt, wie Herr Hilbert und Herr Sittel zutreffend festgestellt haben. Und obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, verlangt die CDU dennoch das Bürgerbegehren für zulässig zu erklären. Und das ist nichts anderes als die Aufforderung zum vorsätzlichen Rechtsbruch. Das, was Sie hier fordern, das ist eine Willkürentscheidung. Sie wollen Ihre politische Gesinnung an die Stelle von Recht und Gesetz setzen. Und ich sage Ihnen, dafür sind die Menschen 1989 nicht auf die Straße gegangen. Das scheint bei der CDU 25 Jahre nach der Wende etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Aber es gibt eine aufmerksame Linke in Dresden. Und wir verteidigen Recht und Gesetz gegen politische Willkür von CDU und FDP. Und von der ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Aufgabe werden uns weder teure Zeitungsanzeigen noch aufwändige Plakatkampagnen oder der sonst von Ihnen veranstaltete Radau abhalten. Ich finde im Übrigen an dieser Sache noch Folgendes bemerkenswert. Sie haben dieses Bürgerbegehren, ich finde ja, Parteibegehren passt eigentlich besser, als politisches Kampfinstrument eingesetzt. Und Sie sind mit diesem politischen Kampfinstrument gescheitert, trotz riesiger Unterstützung der Einzelhandelskonzerne, trotz bezahlter Unterschriftensammler, trotz des Umstandes, dass in Dresden nur 5 Prozent Unterschriftenquorum gilt und nicht 10 Prozent wie in vielen anderen sächsischen Städten, trotz des Umstandes, dass Sie drei Monate Zeit zum Sammeln hatten und nicht nur zwei, wie das bis zum vergangenen Jahr der Fall war. Meine Damen und Herren, wenn man vor aller Augen auf offener Bühne eine Niederlage eingefahren hat, dann sollte man auch die Größe haben, diese Niederlage einzugestehen. Und trotziges Fußstapfen und lautes Zetern werden aus Ihrem gescheiterten Parteibegehren kein erfolgreiches Bürgerbegehren machen. Vielen Dank. Applaus Jetzt Bündnis 90 die Grünen Frau Harzendorf. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, Hier und heute entscheiden wir nicht darüber, ob wir Bürgerbeteiligung ernst nehmen. Wir entscheiden auch nicht darüber, ob das Bürgerbegehren gut oder schlecht ist, sondern wir entscheiden darüber, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen für den von den Initiatoren gewählten Weg vorliegen. Wir treffen eine formale Entscheidung. Das klingt trocken, ist mir klar. Denn trocken ist es ja auch. Herr Lahmes hat darauf hingewiesen, denn die Zulässigkeit von Bürgerbegehren entscheidet sich nun einmal an der Einhaltung von Formalien. Und die werden nicht von der Mehrheit des Stadtrats festgelegt, sondern vom höherrangigen Recht. Worum geht's? Der Stadtrat hat nach Gemeindeordnung und Bürgerentscheidssatzung die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens festzustellen. Am 5. März wurde das Bürgerbegehren eingereicht. Nach Berücksichtigung von ungültigen Stimmen, deren Anzahl, das hat die Verwaltung auch bestätigt, sich absolut im normalen Rahmen ließ, stützten das Bürgerbegehren ca. 4,8% der Stimmberechtigten. Das ist damals auch schon keine unbeachtliche Zahl gewesen, das ist uns klar. Aber 5% ist das von der sächsischen Gemeindeordnung vorgegebene Mindestquorum. Uns liegt eine Beschlussvorlage der Verwaltung vor. Diese lautet Unzulässigkeit. Ein Bürgerbegehren ist unzulässig, wenn es nicht das in der Gemeindeordnung der Hauptsatzung geforderte Quorum erreicht. So steht es nicht nur in der Verwaltungsvorlage, so steht es auch in der Bürgerentscheidsatzung. Ein Entscheidungsspielraum ist da nicht. Das ist eine sogenannte gebundene Entscheidung, es wurde schon gesagt. Es steht nicht kann oder soll oder grundsätzlich, sondern da steht ist unzulässig. Für das Erreichen des Quorums ist der Tag der Einreichung des Bürgerbegehrens entscheidend, nicht die Entscheidung des Stadtrats. Darauf weist die Verwaltungsvorlage mit Verweis auf Gesetz hin, auf die sächsische Gemeindeordnung und auch auf die juristischen Standardkommentare. Wenn wir heute entscheiden würden, es wurde auch schon gesagt, dass uns eben 4,8 Prozent zum Stichtag ausreichen, würde die Landesdirektion nicht sagen, ja, lieber Dresdner Stadtrat, wir verstehen, dass euch Bürgerentscheide nun mal so wichtig sind, sondern sie würden das als offensichtlichen Verstoß gegen höherrangiges Recht beanstanden. Sie, liebe Kolleginnen von CDU und FDP, werfen uns heute vor, dass wir diese eindeutig rechtliche Einschätzung nicht über Bord werfen. Sie werfen uns vor, dass wir dem Verwaltungsvorschlag folgen. Den Vorwurf verbinden Sie wohlweislich nicht mit dem Vorwurf, dass wir uns damit nicht an Recht und Gesetz halten. Sie wissen nämlich genau, dass wir rechtmäßig handeln. Und jetzt komme ich zu dem, was man zumindest doch als Kunstgriff bezeichnen kann, weil es nämlich keinerlei Anhaltspunkt im Bürgerbegehren findet. Und Herr Zastrow, dass Sie sagen, das Begehren richte sich gar nicht gegen einen Stadtratsbeschluss, der die Sonntagsöffnung in Dresden veränderte. Somit sei für die Ermittlung des erforderlichen Quorums gar nicht der Einreichungstag entscheidend. Herr Hartmann hat heute ausgeführt, dass natürlich der Stadtratsbeschluss und die darauf basierende Veröffentlichung der Verordnung der Grund für die Initiierung des Bürgerbegehrens war. Sie haben vor uns gesagt, Sie verstehen nicht, dass es jetzt als kassatorisch eingestuft wird, also in der Verwaltungsfortlage. Und ich möchte das noch mal zitieren. Gegen einen Gemeinderatsbeschluss ist ein Bürgerbegehren bereits dann gerichtet, wenn es, wie hier im Ergebnis, auf eine andere Sachentscheidung als vom Gemeinderat beschlossen hinausläuft. Eine wesentlich andere Lösung als die beschlossene Lösung angestrebt wird. Sie geben sich alle Mühe, auch das wieder als juristischen Kleinkrieg erscheinen zu lassen, den man nicht führen müsse, wenn man es mit der Bürgerbeteiligung ernst meine. Aber was steckt dahinter? Von einem kassatorischen Bürgerbegehren spricht man eben, wie ich gerade gesagt habe, wenn man eine andere Sachentscheidung erreichen will, als vom Stadtrat beschlossen. Natürlich geht es bei den Bürgerbegehren auch darum. Die Sonntagsöffnungszeiten sind in Stadtratsbeschlüssen geändert worden und der Antrag zielt ausdrücklich auf die Wiedereinführung von vier stadtweiten Sonntagsöffnungen. Mit einem solchen Kunstgriff fördern Sie meines Erachtens gewiss nicht das Vertrauen der Bürger in das Instrument des Bürgerentscheids, weil es garantiert jedem, der dort unterschrieben hat, darum geht, den Stadtratsbeschluss aufzuheben. Diese Entwertung des Mittels, weil Sie jetzt im Nachgang sagen, darum geht es gar nicht, die nehmen Sie in Kauf, um irgendwie eine Abstimmung am 7.6. zu erreichen. Also im Zusammenhang mit der OB-Wahl. Es bleibt noch die Variante, es wurde schon mehrfach gesagt, einen Bürgerentscheid per Ratsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit zu initiieren. Die Verwaltung hat ein solches Vorgehen im AUV als einzig rechtssicheres und gehbaren Weg beschrieben, zu einem Bürgerentscheid zu kommen. Aber ein solches Ratsbegehren ist eben auch kein für Hickel nicht erreichte Formalien für unbeachtlich zu erklären, sondern ein eigenständiger Beschluss in der Sache. Und über einen solchen kann man tatsächlich noch reden, wenn es Ihnen tatsächlich um in ferne Zukunft gerichtete Sonntagsöffnungen geht. Herr Lahmes hat es bereits gesagt, man könnte dort auch über eine, oder müsste im Rat über eine eigentlich klärende Sachfrage reden, die man zur Grundlage eines Ratsbeschlusses macht. Wir halten es auch nicht für eine Geldverschwendung, wenn in Dresden Bürgerentscheide unabhängig von Wahlen durchgeführt werden, also zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich bin auch optimistisch, was die Zukunft von Bürgerbeteiligungen mit rot-grün-roter Stadtratsmehrheit angeht. Wir haben erstmals eine Bürgerbeteiligungssatzung für Dresden geplant, und dies steht auch in der Hauptsatzung. Daran werden Sie uns messen können. Vielen Dank. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde durch. Als nächstes Fraktionslose, Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, wenn ich meinen Vorvorredner, Herrn Schollbach, hier über Größe reden höre, dann muss ich mich leicht hineinschwunzeln, denn Größe haben Sie weder körperlich noch charakterlich. Das haben Sie hier gerade eben wieder sehr eindrucksvoll bewiesen. Und man hat eher den Eindruck, dass Sie hier versuchen, irgendetwas zu kompensieren, was in der Tat mit Größe zu tun hat. Es ist hier mehrmals schon angesprochen worden. Wir hatten immer wieder in den letzten Jahren hier regelmäßig über die Sonntagsöffnungszeiten in diesem Stadtrat oft und gerne gesprochen. Wir als NPD haben uns immer aus grundsätzlichen, inhaltlichen Erwägungen heraus diese abgelehnt, vor allen Dingen dann, wenn sie im Advent stattfinden sollten, weil wir die reine Ausrichtung auf den Konsum kritisieren. Unsere Gesellschaft sollte unserer Meinung nach sich mehr auf die Werte wie soziale Verantwortung und Gemeinwohl konzentrieren, anstatt auf das in die Höhe treiben von Umsätzen. Aber wir sind auch schon immer dafür gewesen, im Zweifelsfalle die Bürger zu befragen, weil wir sie einfach für mündig genug halten, über solche Dinge selber entscheiden zu können. Und genau deswegen befürworten wir dieses Bürgerbegehren für die Sonntagsöffnungen. Und wir befürworten auch das andere Bürgerbegehren für den sofortigen Ausbau der Königsbrücker Straße, wobei ich nicht verhehlen möchte, dass ich gerade das letztere Anliegen aus voller Überzeugung und nach Träften unterstütze. Wir finden, dass Bürgerbegehren und auch Petitionen eine wichtige Möglichkeit sind zur basisdemokratischen Mitbestimmung in unserem Land, die allerdings leider zu kurz kommt und viel zu wenig aufgrund der hohen Hürden auch genutzt wird. Und insofern wäre es jetzt auch noch vorherrend, diese jetzt bereits stattgefundene Unterschriftensammlung, die erfolgreich gewesen ist, mit immerhin wohl, wir haben es eben gehört, 22.800 Unterschriften sind zusammengekommen, die nun mit einer wirklich kaum nachvollziehbaren Begründung abgelehnt werden sollten. Das wäre wirklich vorherrend. Und ich bitte Sie dabei auch mal daran zu bedenken, dass ein nicht unerheblicher Teil der Menschen ist ohnehin schon Politik verdrossen. Das wissen wir nicht erst seit Begita und das wissen wir nicht erst seit den letzten Wahlen mit ihrer schwachen Beteiligung. Und wenn nun zum Abgabetermin am 12. März immerhin wohl offensichtlich 21.000 gültige Stimmen vorgelegen haben und somit etwa 800 Stimmen gefehlt haben, dann wäre es ein absolutes Armutszeugnis für uns hier als Stadtrat, den Bürgerentscheid deswegen nicht zuzulassen. Ich glaube, Stadtrat und Verwaltung sollten hier die Größe haben, Herr Schollbach auch, sich dem offenkundigen Wunsch der Bürger nach einer Abstimmung über diese verkaufsoffenen Sonntage zu stellen. Und meine Damen und Herren Stadtrat, rede gerade hier auf der linken Seite, gerade von Ihnen wird ja immer sehr oft und in wohlfeilen Worten von Demokratie gesprochen. Und Sie können jetzt einmal beweisen, dass Sie bereit sind, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen und sich Ihr Demokratieverständnis nicht nur auf die reflexartige Abgabe von Erklärungen gegen politisch Andersdenkende beschränkt. Wir lehnen diese Vorlage den Top 14 der Stadtverwaltung ab, weil wir das Gefühl haben, dass es sich hier mehr um eine sture Beamtenmentalität handelt. Und den Eindruck haben wir nicht nur wir als NPD-Staatrede, sondern diesen Eindruck haben auch die Bürger auf der Straße, dass die Verwaltung jedes Fingerspitzengefühl vermissen lässt, für eine eigentlich erstrebenswerte und doch eigentlich von uns allen, wie es immer wieder betont wird, gewollte Mitgestaltung der Bürger. Wir hoffen jedenfalls auf eine große Mehrheit, auf die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Durchführung des Bürgerentscheides, auch wenn wir, und das muss ich ja noch mal dazu sagen, inhaltlich mit dem Anliegen nicht konform gehen. Wir werden dem interfraktionellen Antrag von CDU, FDP und Freien Bürgern trotzdem zustimmen, denn Politik, sehr geehrte Damen und Herren, ist kein Privatvergnügen, sondern das Vertreten der Interessen unserer Wähler und der Bürger in unserer Stadt, tragen Sie alle dazu bei, diesem Anspruch auch gerecht zu werden, denn sonst brauchen Sie sich nicht wundern, wenn die Ablehnung dieses politischen Systems noch weiter wächst, weil sich alle hier nur noch verschaukelt vorkommen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sind mir angezeigt, von zunächst Herrn Karten und dann Herrn Krien. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir das Ganze jetzt eine Weile angesehen und ich habe eine ziemliche Säbelfechterei erlebt, juristisch ausgeprägt, unverständlich. Ich habe den Einheitser-Scholbach erlebt, bei dem offensichtlich die Nerven so blank liegen, dass er sich hier in einer Art und Weise zeigt, wo ich mir die Frage stelle, wie wirkt das eigentlich auf all die Leute, die ich in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis kenne, die das vielleicht am Internet mitverfolgt haben, die morgen die Zeitung lesen und sich die Frage stellen, wie wird eigentlich hier in diesem Rat über gesammelte Stimmen für ein Bürgerbegehren gesprochen? Und ich habe da ab und zu mal hier rüber geschaut und Herr Scholbach, Sie sitzen dann hier vorne und bei Argumenten, die Ihnen nicht passen, dann sitzen Sie da, Sie feixen, einige hier in der ersten Reihe zeigen den Vogel, greifen sich an den Kopf in einer Art und Weise, wo ich mich schon frage, ist das angemessen? Ist das sinnvoll? Und einige Dinge, Herr Scholbach, die haben Sie ja nicht erklärt. Sie haben hier immer wieder die Verwaltungsvorlage, die eine juristische Ausprägung mitbringt, immer wieder vor sich hergeschoben, haben gesagt, wenn das in der Verwaltungsvorlage so drinsteht, muss man dieser juristischen Einschätzung zwangsläufig folgen. Sie haben doch über Jahre hinweg immer wieder erklärt, dass man nun gerade den Vorlagen der Verwaltung nicht zustimmen sollte, weil sie falsch ist, weil sie nicht durchsacht sind und weil es Argumente von Ihrer Seite gibt, warum es sich lohnt, dagegen zu stimmen. Das war Ihr gutes Recht, das haben Sie gemacht. Dass Sie aber jetzt hergehen und sagen, man muss zwangsläufig der Verwaltungsvorlage zustimmen, das ist schon grotesk. Und an dieser Stelle haben Sie sich auch versäumt auf das Thema, was einige Redner gebracht haben, nämlich den Krankenhausbürgerentscheidung und das Krankenhausbürgerbegehren, wirklich mal konkret einzugehen und Farbe zu gründen. Da gab es sogar ein Rechtsgutachten, was die Verwaltung vorgelegt hat und trotzdem haben Sie sich am Ende anders entschieden und um diese Einschätzung und Erklärung haben Sie sich heute gedrückt. Und ich will ein weiteres Beispiel nennen. Es wurden 82.000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid für die Waldschlösschenbrücke gesammelt und auch da haben wir über eine Verwaltungsvorlage abgestimmt. Und auch da gab es in diesem Rat Stimmen, die gesagt haben, das sehen wir anders. Und Frau Elke Zimmermann aus der Grünen-Fraktion und Sie, Herr Dr. Lahmes, haben gesagt, ich sehe das anders und haben die Auffassung vertreten, dass die Verwaltungsvorlage nicht in Ordnung ist und dass der Bürgerentscheid nicht zulässig sei. Deshalb haben Sie so abgestimmt, war Ihr gutes Recht, ist entsprechend dokumentiert. Wir wissen, dass Sie so gehandelt haben. Auch das ist von Ihnen, Herr Schollbach, als Führer dieser Gruppe nicht erläutert worden. Und jetzt muss man sich ja mal fragen, wie wirkt das auf die Bürger? Wir haben in dieser Stadt erlebt, dass es massive Gegenkräfte gab gegen einen Bürgerentscheid zur Waldschlösschenbrücke, wo 82.000 Stimmen gesammelt worden sind. Wo ich ja geglaubt habe, dass am 27. Februar, als wir seinerzeit diesen Bürgerentscheid dann über die Bühne gebracht hatten, dass dann Ruhe einkehrt. Ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass das, was danach kam und von Ihnen kam, dass das dann so stattfand. Und ich denke, das hat bei den Bürgern eine Wirkung hinterlassen. Und jetzt ist doch die Frage, wie gehen Sie jetzt mit diesen 23.000 Stimmen, die auf dem Tisch liegen, um? Herr Schollbach, da müssen Sie Farbe bekennen. Und Sie haben heute die Chance, und das werden Sie so nicht tun, in einer namentlichen Abstimmung, deutlich zu machen, wo Sie stehen. Und Sie werden sich entscheiden müssen, zwischen ich wüsche diese 23.000 Stimmen vom Tisch und was dort unterschrieben wurde, ist mir egal. oder Sie legen es in die Hände der Bürger und sagen, wir haben uns hier lang genug gestritten, lasst es die Bürger entscheiden. Wir wären auf jeden Fall sehr dafür, einen Bürgerentscheid durchzuführen. Und wir sind auch diejenigen, die am Ende den Bürgerentscheid in seinem Ergebnis anerkennen und die Entscheidung der Bürger mittragen, wo ich mir bei einigen und insbesondere bei Ihnen, Herr Schollbach, nicht immer sicher bin, dass Sie dort auch entsprechend handeln werden. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Krien, dann kommen Herr Blümel und Herr Schulte-Bissermann als nächster. Ich rede gleich von hier, meine Damen und Herren. Es wird den wenigsten, vielleicht auch niemandem von Ihnen, aufgefallen sein, dass ich vorhin genannt worden bin, dass die NPD vorhin genannt worden ist, und zwar in der Rede von Herrn Dr. Lames. Herr Dr. Lames ist uns ja als ein sehr konzentrierter Kollege bekannt, der also immer gut zuhört. Und richtig, er hat also eine ganze Argumentationskette gebracht, was für Ratsbegehren denn hier alles schon angeschoben worden sind. Ja, Herr Dr. Lames, Sie haben recht, es gab auch zum WOMOBA-Verkauf einen Antrag auf Ratsbegehren. Und genau diesen Antrag auf Ratsbegehren hat damals das nationale Bündnis eingebracht. Ich selber habe Ihnen hier vorgestellt. Ich danke schön, dass Sie es nach neun Jahren noch wussten. Danke. Herr Blühl, das ist der nächste. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt ganz viel moralisierende Dinge gehört. Alles, was sachlich zu sagen ist, hat mein Fraktionschef vorgetragen. Es gibt eine Sachentscheidung zu treffen und die muss so ausfallen, wie sie ausfällt. Aber ich will auf all diese politischen Dinge eingehen, lieber Kollege Hartmann. Ich lese Ihnen jetzt mal ein paar Namen vor. Da wäre Dr. Böhme-Korn-Georg, dann haben wir Fischer Franz Josef, Genschmar Jens, Hartmann-Christian, Hassler-Dietmar, Karpodian, Kadensteffen, Klein-Lothar und Malberg-Angela, Müller-Christa, Rentsch-Klaus-Dieter, Dr. Reuter-Helfried. Was sagt uns das? Das alles sind Kolleginnen und Kollegen, die heute noch im Stadtrat sind oder hier als Antragsteller vorsprechen und uns erklären, dass sie schon immer für die Bürgerbeteiligung waren. Das, was ich jetzt vorgelesen habe, war die namentliche Abstimmung zum Ratsbegehren WOBA. Das hat stattgefunden am 22.09.2005 in diesem Stadtrat, beantragt von der Grünen Fraktion. Genau darüber ist abgestimmt worden. Das Ergebnis war, 32 dafür, 32 dagegen. Eine Enthaltung. Herr Zastrow kommt gut weg, er war nicht da an dem Tag, aber seine Kollegen haben alle geschlossen gegen dieses Bürgerbegehren gestimmt. Das haben sie damals gemacht, weil sie dieses Thema, ne, die Stimmen haben wir danach gesammelt, Herr Zastrow. Danach ging nämlich das Stimmensammeln los. Es gab einen Antrag für ein sogenanntes Ratsbegehren zu einem extrem wichtigen Thema, nämlich sollen alle kommunalen Wohnungen verkauft werden. Das wollten sie den Bürgern nicht entscheiden lassen. Dort haben sie gesagt, und das weiß ich auch ganz genau, weil es für mich der Grund war, aus der Bürgerfraktion auszutreten, sie wollten in einer so extrem wichtigen Sache die Bürger nicht entscheiden lassen. Im Anschluss hat sich eine Initiative gegründet, die tatsächlich dann Unterschriften gesammelt hat, und zwar deutlich mehr Unterschriften, als sie vorweisen können, in einem kürzeren Zeitraum, nämlich 45.000 Unterschriften. Und auch diese 45.000 Unterschriften haben sie nicht bewegt, diese Entscheidung in die Hände der Bürger zu legen, sondern sie haben damals gesagt, nein, das ist eine Entscheidung, die treffen wir als Stadträte. Ihr gutes Recht, aber kommen Sie dann bitte heute nicht mit dieser Moralnummer, es sei immer nur dann Bürgerbeteiligung, wenn Sie es für richtig halten. Es ist einfach unglaubwürdig. Und lieber Kollege Hartmann, noch ein Wort zur Glaubwürdigkeit. Wir als linke Seite haben das Quorum, was damals noch bei 15 Prozent hier in Dresden war, abgesenkt. Die CDU mit Ihnen hat dagegen gestimmt. Im Moment läuft im Landtag in Sachsen eine Debatte darüber, ob man das Quorum für Sachsen absenkt. Da habe ich ein sehr interessantes Interview gehört mit Herrn Hartmann, da hat er gesagt, nein, das wollen wir nicht, denn es kann ja nicht sein, dass in Zukunft Minderheiten darüber bestimmen, was Themen sind, die die Mehrheit dann auszuführen hat. Es ist eben genau so, und das entwertet dann auch solche Instrumente, dass Sie das immer nur dann vorbringen, wenn es Ihnen politisch in den Kram passt, wenn Sie es benutzen wollen, um Ihre eigene Klientel zu mobilisieren. Und genau das ist eigentlich die Absicht, die dahinter steht. Und deswegen glaube ich, ist all diese Moralgeräte hier überflüssig. Wir haben eine Sachentscheidung zu treffen, die treffen wir. Alles andere können Sie sich sozusagen eigentlich auch mal vorm Spiegel sagen, weil die Dinge, die Fakten der Vergangenheit sprechen dagegen. Als nächster Redner Herr Schulte-Wissermann und dann Herr Abbenarius. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kollegen, Stadträte, liebes Publikum. Natürlich ist dieses Thema ein bisschen heikel für uns Piraten, logischerweise. Und da ich auch schon von Herrn Hartmann angesprochen wurde, möchte ich hier auch ein paar Sachen klarstellen. Erstens mal, meine persönliche Meinung zu den Sonntagen, die ich irgendwann mal im August geäußert habe, steht hier heute nicht zur Debatte. Es steht zur Debatte, ob wir einen, nein, ob wir einen Bürgerentscheid, die erste Frage ist, ob wir einen Bürgerentscheid für den Unterschriften gesammelt wurden, ob der jetzt zulässig ist oder nicht. Und da sage ich, knapp daneben ist auch vorbei. Oder da könnte ja jeder kommen, weil was machen wir denn, wenn der Nächste, der macht 19.000 Unterschriften oder 18.500 oder der macht 5.000, aber in vier Tagen oder was auch immer. die Frist war vorbei, da waren nicht genügend Unterschriften da, das ist es, Punkt. So, nichtsdestotrotz muss man natürlich festhalten, dass die ganze Aktion schon sehr professionell durchgezogen war. Also Herr Zastow, Sie sind ja wirklich ein PR-Fuchs. Also noch hier im Dezember im Stadtrat schon einen Bürgerentscheid angekündigt zu haben und jetzt zu sagen, ich habe ja niemals behauptet, dass das kassatorisch ist, ist eigentlich schon geschickt. So, dann die ersten Wochen von der Unterschriftensammlung haben Sie ja immer gesagt, wir werden diesen Stadtratsbeschluss kippen, wir werden das jetzt mit der Bürgerentscheidung machen. Wenn wir eins können, dann ist das Bürgerentscheid. Ja, nur mal kurz, es heißt auch Bürgerentscheid und nicht Einkaufszentrenentscheid. Wenn man nämlich da durch den Elbe-Park gegangen ist oder durch die Altmarktgalerie, diese ganzen Bürger, meistens schick, studentisch, 23 Jahre, die dann mit den Listen einem hinterhergerannt sind. Der Elbe-Park-Besitzer hat auch selber gesagt, der hat 25.000 Euro da reingesteckt. Also, da muss man doch mit 25.000 Euro mehr als 21.000 Unterschriften zusammenkriegen. Also, deswegen knapp daneben ist auch vorbei, das kann man nicht machen. Eine andere Sache ist die Sache, mit dem Ratsbegehren. So, jetzt nicht unbedingt vielleicht für die Sache, aber wenn Sie das wirklich alle ernst meinen und wenn wir das auch alles ernst meinen, könnte man ja darüber nachdenken, dass wir verschiedene Fragen von Relevanz und Rang zusammenfassen und uns, sage ich mal, dann einen Termin überlegen und dann diese Sachen öffentlich diskutieren, in Einwohnerversammlungen, in Parteiversammlungen, in der Zeitung und dann eine Abstimmung machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. das ist sinnvoll. Ja, das war's. Danke. So, jetzt Herr Abenarius, dann Herr Zastrow. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, zwei Punkte mit sehr viel Leidenschaft, allerdings auch mit sehr viel Überaufgeregtheiten und mit sehr viel bisweilen etwas krawalliger Rhetorik versuchen die Antragsteller und die sie unterstützenden Fraktionen aus der Not eine Tugend zu machen, einen Misserfolg in einen Erfolg umzudeuten. Sie hatten ein politisches Ziel verfolgt. Dieses Ziel haben sie nicht erreicht. Sie haben es auch nicht knapp verfehlt, sondern sie haben es deutlich verfehlt. Dass sie dieses Pech jetzt nicht mehr aus der Welt schaffen können, hat die Stadtverwaltung in einem sehr sorgfältigen und mich überzeugenden Votum erläutert. Was die Stadtverwaltung damals, als es um die Krankenhäuser ging, als es um die Waldschlösschenbrücke und sonst wo erklärt hat, ist heute ohne Belang. Es kommt nur darauf an, ob uns das, was die Stadtverwaltung heute sagt, heute überzeugt. und da werden Sie erlauben, dass man sich auf einen anderen Standpunkt stellt als Sie. Das Zweite, es wird immer so getan, als hätten wir keine Entscheidung getroffen. Wir haben im vergangenen Jahr für das Jahr 2015, nur für das Jahr 2015, eine Entscheidung getroffen und zwar eine Entscheidung, die nach langer Diskussion, teilweise schmerzhafter Diskussion zustande gekommen ist. Und genau diese Entscheidung sollten wir jetzt umsetzen. Und dann sollten wir die Lage bewerten, wie sie sich dann darstellt. Und diese Lösung wollen Sie jetzt dadurch torpedieren, die Lösung, die wir damals, wie gesagt, unter Schmerzen gefunden hatten, dass Sie sagen, ihr seid doch sonst immer für Bürgerbeteiligung, dann lasst es doch jetzt zu. Da kann ich nur das, was Herr Schulte-Wissermann gesagt hat, bekräftigen. Wir können darüber reden, aber nicht in diesem Punkt. Jetzt haben wir eine Entscheidung für das Jahr 2015 und die haben Sie nun mal nicht kippen können. Bitte finden Sie sich damit ab. So, jetzt Herr Zastrow und dann Herr Schmählich. Also, meine Damen und Herren, was soll ich armer Tropf denn jetzt machen? Ich bin ein kleiner Bürger, ohne, wie es ja auch hier öfters gesagt wird, juristischen Sachverstand. Das teile ich wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt. Und so eben habe ich zwei von mir sehr geschätzte Juristen, Kapazitäten hier vorne gehört. Herrn Avenarius eindeutig, Dr. Brauns ganz genauso. Beides Juristen und beide haben eine völlig gegenteilige Auffassung von dem, was wir heute zu entscheiden haben, meine Damen und Herren. Was soll ein kleiner Bürger damit anfangen? Retten wir den Bürger, indem wir heute eine politische Entscheidung treffen, indem wir unser Gewissen hören, wenn wir denn, meine Damen und Herren von der linksgrünen Seite ein Gewissen haben. Ich will einen einzigen Hinweis dazu geben, das will ich noch, das wird Ihnen wieder viel zu wenig formal sein, ich will es trotzdem mal sagen, ich war ja auf dem Einwohner- und Meldeamt zur Aktenkontrolle, übrigens ein großes Dankeschön an die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die wirklich Großes geleistet haben, in der kurzen Zeit, das alles zu prüfen. Wissen Sie was, das sind angeblich 800 fehlenden Stimmen, die sind ja real, wissen Sie was, das sind Dresdner, das sind Dresdner wie wir, das sind beispielsweise 267 Dresdner ohne deutsche oder EU Staatsbürgerschaft, das sind vietnamesische Staatsbürger, russische Staatsbürger, ukrainische Staatsbürger, die hier in dieser Stadt mit wohnen, wissen Sie wer das noch ist? Das sind 170 17-Jährige, die mit unterschrieben haben, das sind fast 600 Menschen mit Nebenwohnsitz in Dresden, die hier Zweitwohnungssteuer zahlen, die ganz genauso Teil unserer Gesellschaft, das ist jetzt viel zu wenig juristisch weiß, ich lege so gar nicht so sehr auf die Waagschale, ich sage nur mal moralisch, so ein kleines bisschen, Herr Dr. Lahmes, so ein bisschen mitdenken, das sind keine Leute vom Mund, das sind reale Personen, die wir haben, man kann es, wissen Sie was, man kann die Sache mit den Bürger gern auch richtig kompliziert machen und Sie machen es kompliziert wissen Sie warum Sie es kompliziert machen weil Sie in Wahrheit kein Interesse daran haben dass der Bürger in dieser Stadt entscheidet und das haben sie nie nämlich immer dann wenn sie vermuten müssen dass der Bürger anders entscheiden könnte als es hier ihre Mehrheit in diesem Rat durchdrückt hier vor mir vor dem Rat in die Hand gedrückt weitere 40 Unterschriften auch das sind Dresdner die wollen dass wir entscheiden gut die sind zu spät tut mir leid aber politisch ist das ein eindeutiges Signal die sollten wir ernst nehmen Sie können mich ignorieren Sie können auch Herrn Hartmann ignorieren oder uns hier als FDP oder CDU das können Sie gerne machen aber Sie können die restlichen 22.820 Dresdnerinnen und Dresdner nicht ignorieren meine tolle Partei 350 Mitglieder also da sind ein paar mehr zusammengekommen die gezeigt haben dass es ein wichtiges Thema ist und wir wissen alle dass sich die Einstellung zu Bürgerentscheiden in den letzten Jahren gewandelt hat Gott sei Dank von der FDP ganz oft mitgetragen wir haben auch selbst sehr viele wissen sie selbst Bürgerentscheide angestoßen ich glaube sie hat sich im letzten halben Jahr müsste sich eigentlich wenn sie wahrnehmen was da draußen passiert müsste sie sich ändern dass es ein eindeutiges Bedürfnis und wenn sie dann das tun würden was in ihren Wahlprogrammen steht und wir gucken mal nur das letzte Wahlprogramm nicht zehn Jahre zurück sondern das letzte aktuelle was sie da zum Thema Bürgerentscheide gesagt haben wir wollen doch bitteschön als Politiker auch an Wort und Tat und vor allem dem letzten Wahlversprechen da sind sie ja gewählt worden gemessen werden da finde ich bei allen ihren Parteien aber Aussagen die sind so richtig herzerfrischend sie liebe Grüne wollen dass die Einwohnerinnen und Einwohner zukünftig das einklagbare Recht erhalten bei Nachweis an entsprechenden Anzahl Unterschriften an einem Vorhaben beteiligt zu werden die entsprechende Anzahl fängt bei ihnen bei 200 an wir haben 22.822 Unterschriften sie haben in dieser Stadt sie haben in dieser Stadt dafür gekämpft dass der Haushalt öffentlich diskutiert wurde und musste der arme Herr Vorjohann mit acht Bürgern in Versammlungen sitzen acht Bürger waren es wert für die Rechte zu kämpfen ist ja gut aber dann respektieren sie doch bitte unsere 22.822 Unterschriften sie von der SPD wir setzen uns dafür ein dass die Beteiligung der Dresdner an politischen Entscheidungen weiter verbessert wird na dann tun sie es doch heute hier und jetzt haben sie die linken zusammen mit den grünen einen gesetzentwurf eingereicht ich finde den sympathisch wenn ich drinnen wäre hätten sie meine stimme aber beweisen sie sie hätten sie hätten meine stimme weil viel mehr als 5% wären sie geworden hätte es auch für die Regierung nicht gereicht einfach gewesen zu zu stimmen meine Damen und Herren aber beweisen sie dass das nicht so ein Placebo ist was die verteilen sondern das ist wirklich ernst meine Bürgerbeteiligung dann stimmen sie zu der Kollege von den Piraten hat schon eine ganze Menge gesagt ich will zum Abschluss trotzdem vorlesen weil ich es so schön finde das ist eigentlich ein richtig Schlusswort für die Debatte sie schreiben nämlich bei sich in ihrem Programm die Hürden für die Bürgerbeteiligung sind zu hoch gesteckt Quoren für Bürgerbegehren und Petitionen müssen gesenkt werden diese 800 Stimmen juristisch umstritten halten sie ab jetzt einem Bürgerentscheid zu zustimmen meine Damen und Herren dann lösen die Piraten auf dann braucht man diese Partei beim besten Willen nicht mehr Dankeschön so die nächsten Redner sind Herr Schmelig und dann Herr Mattis sehr geehrter Herr Bürgermeister liebe Kolleginnen und Kollegen ich will versuchen diese Debatte die natürlich erwartungsgemäß hitzig ist mal abzurüsten und mal wirklich darüber mal zu diskutieren worum es hier wirklich als Motive geht und auch wirklich Vergleiche die hier angezogen und angestellt werden wirklich seriöse Vergleiche sind Sie wissen und ich glaube wir können das als Grüne für uns in Anspruch nehmen wir haben bei dem Bürgerentscheid zu den Krankenhäusern obwohl wir wenn man so will auf der anderen Seite waren haben wir ihnen ermöglicht weil es hat deshalb damals ein Rechtsgutachten gegeben weil es eben umstritten war weil die Rechtslage unklar war und aus dem Grund haben wir gesagt dann fragen wir doch die Bürgerinnen und Bürger und Bürger und Bürger darf ich noch mal auf die Dimension der Entscheidung das werde ich aber gleich noch im anderen Zusammenhang tun zu sprechen kommen wir haben und das darf ich für mich mal in Anspruch nehmen ich habe in der Sache was die Sonntagsöffnungszeiten angeht eine andere Auffassung meine Fraktion trotzdem ist es klar klar dass so wie dieser Bürgerentscheid und das Bürgerbegehren eingeleitet wurde Sie können nichts so tun und es umdeuten Sie haben damals kurz vor Erreichen des Termins die Beine in die Hand genommen noch die letzten Unterschriften einzureichen dann sagen Sie einfach das ist gescheitert und wenn Christian Hartmann und Sie vorhin gesagt haben es geht gar nicht um 2015 dann frage ich mich warum müssen wir dann 2015 einen Bürgerentscheid machen genau das ist nämlich der Punkt Sie wollen den sogenannten Bürgerwillen instrumentalisieren für eine OB-Wahl das ist das einzige Ziel das einzige Ziel das Sie verfolgen mit der Geschichte warte mal warte mal ganz ja können gerne ein bisschen rumbrüllen und der Groß nein Sie werden ich komme noch mal zu Ihren seltsamen Vergleichen zurück wir haben wir haben bei allen Bürgerentscheiden und allen Bürgerbegehren die wir hatten das waren Notbremsen der Bürgerschaft die dann so oder so ausgegangen sind gegen weitreichende Entscheidungen gegen Entscheidungen die wenn sie dann nicht die Bürger entschieden hätten sozusagen eine langfristige Wirkung haben sie auch erfüllt ich sage mal in den Krankenhäusern in der Frage weil ich der Brücke hier reden wir oder in der Woberfrage hier reden wir über Sonntagsöffnungszeiten im Jahre 2015 diese moralische Keule dieses Aufblähen dieses Themas vor dem Hintergrund dass 2016 2017 und 2018 neu über diese Frage zu entscheiden ist ist völlig unverständlich und hat mit Bürgerentscheidung nichts zu tun und dann fordern sie dieses Bürger dann fordern sie ein Ratsbegehren was ist denn ein Ratsbegehren ist das ist das eine Bürgerentscheid von unten das ist Bürgerbeteiligung nach Gutsherren Art der sagt der Stadtrat nö eigentlich will ich nicht entscheiden entscheide ich mal im Grunde genommen die Bürger werden gefragt ich denke mal und das ist unsere aller Aufgabe und wenn sie es raushalten aus dem aus dem OB-Wahlkampf und wenn sie das schaffen im Grunde genommen ja dann sage ich mal alle Achtung weil ihnen im Grunde genommen es nicht darum geht ob hier einen Sonntag mehr oder weniger geöffnet wird sondern ihnen geht es darum dass hier sozusagen mit dem Willen mit den 22.000 Unterschriften letztendlich Politik für die OB-Wahl gemacht wird und dann sage ich immer folgendes keiner kein vernünftiger kein Herr Herr Zastrom Herr Zastrom ja das stimmt darum geht es aber nicht es geht darum dass wir heute die Rechtmäßigkeit entscheiden oder sage ich jetzt trotzdem nochmal etwas ich glaube niemand der ein verantwortungs ich wollte eigentlich abrüsten aber sie kriegen das auch nicht hin sie sind dermaßen aufgerät und ja und sie versuchen im Grunde genommen immer nur mit Köln zu arbeiten und ich meine dass sie nur für Bürgerbeteiligung dann sind wenn sie eine Chance sehen das haben sie auch bewiesen also von daher regen sie sich doch bitte nicht so auf darüber weil sie das ist also die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche also von daher sagen wir mal wirklich darum geht es hier nicht in der konkreten Frage und jeder der in diesem Rat verantwortungsvolle Politik betreibt der wird natürlich wenn die Entscheidung um die es ja angeblich geht nämlich 16 diese Entscheidung zu treffen hat wie wir mit der Frage der Sonntagszeiten umgehen selbstverständlich auch wissen dass es 22.000 Bürgerinnen und Bürger gegeben hat die sich in dieser Frage so verhalten haben natürlich haben alleine darüber schon diejenigen die hier Unterschriften abgegeben haben und ich möchte die nicht diskreditieren diejenigen die aus welchen Motiven auch immer mit welchem Promotion Apparat auch immer unterschrieben haben jede Unterschrift ist genauso viel wert und ist ernst zu nehmen und niemand hier in diesem Rat der Politik und sein Mandat ernst nimmt wird sich bei der Entscheidung wo es um diese Frage der Sonntagsöffnung seit 2016 geht nicht daran erinnern und nicht berücksichtigen dass sie ja so und so viel unterschrieben haben das ist die Konsequenz die aus einer solchen Bürgerbeteiligung zu ziehen ist aber nicht die Instrumentalisierung in einem Wahlkampf so meine Damen und Herren wenn man so die letzten Wochen zusammenfasst ist das Thema schlechthin in Dresden die Sonntagsöffnung der nächsten Jahre ich habe noch 21 Minuten bis 22 Uhr bei Ihnen bestimmt dasselbe und habe im Moment noch sieben Redner der nächste ist Herr Mattis und dann Herr Ober Herr erster Bürgermeister liebe Kolleginnen liebe Kollegen liebe Gäste vorab 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 das sage ich gleich zuerst ich habe hohen Respekt vor 22.000 Menschen oder vielleicht noch mehr als 22.000 wenn man die nach dem 12. März mitzählt die dieses Bürger die dieses Bürgerbegehren unterschrieben haben ich habe selber schon für mehrere Bürgerbegehren unterschriften gesammelt eins selber initiiert ich weiß was das für eine Arbeit macht für eine Anstrengung ist wie viel Energie man da reinsteckt und ich kann mir sehr gut nachvollziehen dass diejenigen die damit so ganz knapp gescheitert sind da würde ich Herrn Arvenarius widersprechen ich denke es ist knapp gescheitert dass die furchtbar enttäuscht darüber sind das halte ich für nachvollziehbar und da muss ich sagen ja das ist eben leider so die Hürde ist furchtbar hoch fünf prozent der unterschriften in drei Monaten ist eine verdammt hohe Hürde das weiß ich eine sehr hohe die muss allerdings nicht so hoch sein und da sind wir bei diesem Punkt sie hätten es in der hand von der CDU im Landtag diese Hürden zu senken es gibt Großstädte in Deutschland da gelten drei Prozent es gibt es gibt längere Zeiträume für kassadurische Begehren als nur drei Monate und es gibt sogar Bundesländer die haben diese Unterscheidung die uns jetzt hier so eine schwere Rechtssprache beschert zwischen initiativ und kassadurischen Begehren ganz abgeschafft die gibt es dort nicht mehr dort zählt nur noch die Sammelzeit wenn sie das im Landtag machen ich bin überzeugt sie haben die versammelten stimmen der gesamten Opposition auf ihrer Seite es könnte einstimmiger Beschluss im Sächsischen Landtag werden das dazu nun sind wir aber vor der Sache dass wir es letztlich also zu dem Thema Ratsbegehren oder Beschluss auf Stadtratsmehrheit ich glaube da ist alles erforderliche gesagt dazu fehlt es an der Bedeutung des Themas und an der gemeinsamen Verständigung auf eine Fragestellung Sie glauben ja nicht im Ernst dass wir diese Fragestellung übernehmen würden aber zu der Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens da hängt es ja nur an der Frage ist ist es kassadurisch oder ist es nicht kassadurisch und ist es richtig wir haben hier im Saal viele hervorragende Juristen und ich stelle fest bei den Juristen da haben wir auf der einen Seite die Meinung von Herrn Affenarius von Herrn Lames von Herrn Schollbach und von Herrn Sittel und auf der anderen Seite die Meinung von Herrn Doktor Brauns also rein summarisch steht es 4 zu 1 ich sage nur das spielt überhaupt keine Rolle weil jeder jeder glaubt im politischen Raum natürlich nur dem Juristen der seine Meinung vertritt so da spielen die Zahlenverhältnisse überhaupt keine Rolle es ist es ist ein Dilemma das Richter sind ja auch mehr herum es ist es ist ein Dilemma es ist ein Dilemma dass diejenigen die hier über die Rechtmäßigkeit entscheiden müssen die gleichen sind die in der politischen Frage die eine oder andere Position vertreten und jetzt komme ich auf das was hier angesprochen ist wie hätten wir uns denn verhalten damals beim Bürgerbegehren über die Krankenhäuser wenn der Stadtrat damals nicht mit knapper Mehrheit gegen ihre Stimmen zugelassen hätte sondern wenn er es abgelehnt hätte ich kann Ihnen sagen was wir gemacht hätten wir hätten uns unser Recht geholt wir waren überzeugt davon es ist rechtmäßig und bei einer Ablehnung wären wir davon Plakate hätten wir nicht bezahlen können und große Anzeigen da und so das wäre gar nicht drin gewesen wir wären vor Gericht gezogen und dann hätte es ein unabhängiges Gericht entscheiden müssen und das kann ich Ihnen empfehlen das hat nämlich auch den großen Vorteil das unabhängige Gericht da entscheidet nicht die CDU nicht die Linke es ist völlig unabhängig davon und damit haben wir dann ein für allemal die Klärung ob es nur kassadurisch war oder nicht kassadurisch und ich glaube das könnte die Sache doch befrieden und insofern werden wir heute eine rein sage ich jetzt mal sachliche entscheidung treffen es sind in den drei Monaten nicht die erforderlichen unterschriften zusammengekommen das ist ein einfacher Fakt der festzustellen ist und alles andere können Sie entweder vor Gericht oder gegebenenweise durch ein neues Bürgerbegehren lehren danke so jetzt gab es einen geschäftsordnungsantrag Frau Pilius-Jene ich bin jetzt seit elf Jahren im Stadtrat und es ist das erste Mal dass ich Ende der Debatte beantrage ich muss das tun weil wir haben noch zwei Punkte die wir unbedingt noch wir müssen die Ausschreibung der Bürgermeister auf den Weg bringen sonst wird es nichts und wir haben noch die Bettensteuer wir brauchen das Geld sage ich mal so ich beantrage Ende der Debatte und okay Ende der Debatte beantragt Gegenräte sehr geehrter erster Bürgermeister meine sehr geehrten Damen und Herren also gerade bei so einem wichtigen Punkt wie heute wo ja auch mal richtig Argumente vorgetragen werden und wo Sie auch deutlich machen dass Sie die 22.000 Stimmen vom Tisch wecken wollen ist es natürlich jetzt folgerichtig dass Ihnen langsam die Debatte unbequem wird ja und dass Sie dann am liebsten noch einen Antrag hier oder eine Vorlage durchpeitschen wollen wo Sie den Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen das kommt natürlich noch besser die sofern kann ich hier nur an den Stadtrat appellieren dieses Thema weiter zu behandeln und den Rednern die auf der Rednerliste stehen noch die Möglichkeit zu geben hier zu sprechen und diese Debatte die offensichtlich unliebsam ist weiterzuführen Vielen Dank So wir haben einen Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte und eine Gegenrede gehört wer für den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte ist den bitte ich jetzt um das Handzeichen so Gegenstimmen und Stimmenthaltung 31 Ja stimmt 33 Nein stimmt 3 Enthaltungen es geht weiter und damit ist als nächster der Herr Oban dran und danach haben wir Herrn Thiele sehr geehrter Herr Thiele und Frau Ile passt Ja Liebe Stadtratskollegen es ist schon interessant zu sehen wie sich SPD und Grüne hier winden bei diesem Thema Jahrelang ist man hier für die Bürgerbeteiligung eingetreten jetzt hat man die Gelegenheit hier auch mal einer Sache mit zuzustimmen und will hier unter fadenscheinigen Gründen ablehnen und da wird auch eine Argumentation gefolgt und wieder erklärt wir hätten drei Monate Zeit gehabt für die Sammlung unserer Unterschriften dem ist eben nicht so und da muss ich auch wenn es vielleicht für manchen sich wiederholt das schon noch mal erläutern wie denn die Genese hier war der Beschluss ach doch den Beschluss haben wir hier im Stadtrat am 12. 12. getroffen ja nun sagen sie damit ist es öffentlich dann hätten wir Zeit gehabt aber rein formal und sie beziehen sich hier heute nur auf ihre formalen Gründe weshalb sie nicht zustimmen wollen fehlende 800 Unterschriften ja und rein formal ist es dann eben so weiter gegangen dass die OB am 19. 12. unterschrieben hat und am 8. 1. erst die Bekanntmachung im Amtsblatt erfolgt ist und damit läuft dann die Frist nach § 2 Absatz 1 Bekanntmachungssatzung der Landeshauptstadt Dresden und dann sind es eben nicht mehr drei Monate die wir da hier Zeit hatten und wenn sie uns jetzt vorwerfen dass wir hier auch die OB Wahl instrumentalisieren damit wir dieses Thema durchsetzen wir wollen eben einfach auch nur versuchen hier Synergieeffekte zu erreichen indem wir natürlich Herr Schollbach logischerweise weil wir uns eben auch Gedanken machen über die finanzielle Situation der Stadt und weil wir keine extra Veranstaltung hier durchführen wollen um dann den Bürger abstimmen zu lassen sondern weil wir sagen es ist eine gute Gelegenheit im Sommer wo der Bürger auch über diese Frage gleich mit abstimmen kann und entsprechend können wir hier Geld sparen und auch die Verwaltung ein Stück weit entlasten weil die OB-Wahl ja nun mal sowieso stattfindet und das wollen wir einfach mal nutzen um das Thema gleich mit abstimmen zu lassen das ist unser Anliegen und deshalb stellen wir heute diesen Antrag auch für die Durchführung des Bürgerbegehrens denn ansonsten hätten wir ja noch in aller Ruhe unsere Unterschriften weiter sammeln können bis wir dann tatsächlich die entsprechende Anzahl zusammen gehabt hätten und dann möchte ich Sie hier drüben mal erleben wie Sie sich dann positioniert hätten denn schlussendlich entscheidet ja in jedem Fall der Stadtrat über die Durchführung so eines Bürgerentscheides und zum Abschluss noch kurz zu Herrn Blümel zu der Frage damals beim Mobauverkauf da war eben der große Unterschied dass zum Zeitpunkt der Abstimmung im Stadtrat die Unterschriften noch nicht vorlagen erst danach haben sie sich auf den Weg gemacht und haben gesammelt und bei der Frage zum Krankenhaus haben sie sich ja viel länger Zeit gelassen um ihre Unterschriften zusammen zu kriegen und da hat auch niemand dann schlussendlich danach gefragt wie lange sie gebraucht haben und dort war es ihnen dann auch egal inwieweit das sozusagen eine kassatorische Geschichte war oder nicht dass es keine kassatorische ist ich glaube das wurde hier mannigfaltig erklärt und von daher bitte ich sie einfach entsprechend auch über ihren Schatten zu springen ja welchen Zacken sie sich eigentlich aus der Krone hier nicht zuzustimmen sie haben offenbar Angst vor dem Bürger und ich glaube hier müssen sie deutlich mal überlegen auf welcher Seite sie stehen sie denken dass der Bürger sozusagen hier nicht in ihrem Sinne abstimmt davor haben sie Angst geben sie das doch einfach zu als nur auf diesen fehlenden 800 Unterschriften herum zu reiten Dankeschön als nächstes Frau Ile und dann Herr Scholbach ich mache es ganz kurz der Herr Oban hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen dieser Rundumschlag hier was bedeutet das überhaupt es geht hier nicht darum dass es uns nicht möglich wäre per Rats begehren zu entscheiden sondern es geht darum dass wir alle der Bürgerstimme Gehör geben können wenn wir das wenn sie das wollen sie müssen sie können sie können das wollen und wenn sie das nicht wollen dann frage ich mich warum nicht der Haken ist dass sie nicht bereit sind die Entscheidung der Bürger zu akzeptieren wenn sie nicht wenn sie nicht ihren politischen Statements und ihren politischen Einstellungen entsprechen wird die da in dem Fall lauten nieder mit dem Mittelstand nieder mit dem Handel wo das Geld für die Steuern herkommt ist uns doch egal wenn sie den Kopf schütteln und das nicht der Fall ist dann stünde ihrer Bereitschaft einer Zustimmung beim Ratsbegehren nichts entgegen so jetzt Herr Scholpaf und dann Frau Anert Herr erster Bürgermeister meine Damen und Herren ich möchte auf einige Argumente eingehen die hier vorgetragen worden sind zunächst wann hat denn die Frist für dieses Bürgerbegehren begonnen das ist ganz ganz einfach das ergibt sich aus der Gemeindeordnung es gibt dazu eine ständige Rechtsprechung sämtlicher Verwaltungsgerichte nämlich mit der Veröffentlichung und zwar nicht im Amtsplatz sondern mit der Veröffentlichung in den Medien über diese Entscheidung und das es eben erfolgt im Zuge der Stadtratsdebatte am 12. Dezember um 2014 und deshalb ist da die Frist in Lauf gesetzt worden das zweite Thema es ist hier mehrfach vorgetragen worden ja und beim Krankenhausbürgerbegehren da ist es ja anders gelaufen dazu muss man ganz klar sagen das Krankenhausbürgerbegehren hat sich nicht gegen eine Entscheidung des Stadtrates gerichtet es gab gar keine Entscheidung des Stadtrates es war ein initiierendes Bürgerbegehren und deshalb konnte da viel länger gesammelt werden es gab dafür keine Frist im Übrigen sind bei dem Krankenhausbürgerbegehren damals 37.000 Unterschriften zusammengekommen jetzt noch etwas hier hat vor jemand vorhin jemand vorgetragen man solle sich doch nicht hinter Juristerei verstecken also meine Damen und Herren also ganz offen da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln wir leben in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat sind nun einmal Regeln einzuhalten und dass die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist und wir an Recht und Gesetz gebunden sind ergibt sich ganz einfach aus Artikel 20 Absatz 3 unseres Grundgesetzes und deshalb kann der Stadtrat eben nicht veranstalten was er möchte und jetzt noch etwas ich möchte zwei Beispiele benennen an denen es auch deutlich wird was das bedeutet hier einfach mal so über diese Fragen hinweg zu gehen zurzeit gibt es ja den einen oder anderen Oberbürgermeister Kandidaten der sammelt Unterstützungsunterschriften 240 an der Zahl werden benötigt und wenn zum Fristablauf ein Kandidat oder eine Kandidatin auf 239 Stimmen kommt und nur eine einzige fehlt dann ist der Gemeindewahlausschuss zwingend verpflichtet diese Kandidatur nicht zuzulassen auch wenn der Gemeindewahlausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten noch so überwältigend findet erste Bemerkung zweite Bemerkung es gibt bei Wahlen Prozenthürden zum Beispiel zur Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde und da gab es 2013 eine Partei das war die FDP die hat 4,8 Prozent geholt 4,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler wollten dass die FDP im Bundestag sitzt da ist niemand auf die Idee gekommen zu sagen das ist doch der Bürgerwille dass die FDP mit 4,8 im Bundestag sitzt sie hat die Hürde verfehlt und ist deshalb nicht im Parlament vertreten abschließend folgendes wissen sie es gab eine Partei im Sächsischen Landtag deren Minister hat versucht hat versucht ausgewanderte Sächsinnen und Sachsen mit Eierschecke zurückzulocken hat ja grandios geklappt und weil das so gut geklappt hat hat die FDP bei der Unterschriftensammlung jetzt nicht auf Eierschecke gesetzt sondern auf Eierlikör den Unterschreibenden wurde allen Ernstes für eine Unterschrift ein Eierlikör angeboten also Herr Zastrow wer Ihnen diese Schnapsidee eingeredet hat sie hätten vielleicht genau darauf verzichten sollen dann wären ein paar Unterschriften mehr leserlich gewesen letzte Bemerkung weil hier immer wieder gesagt worden ist das sind doch nur Formfragen und dazu will ich abschließend einen großen deutschen Rechtswissenschaftler nämlich Rudolf von Jering zitieren die Form ist die geschworene Feindin der Willkür die Zwillingsschwester der Freiheit denn die Form hält der Verlockung der Freiheit zur Zügellosigkeit das Gegengewicht vielen Dank so jetzt Frau Ahner und dann Herr Engemeier Werte Bürgermeister werte Kollegen liebe Gäste Herr Blümel bei Ihnen würde ich gerne kurz anfangen ich bin etwas erstaunt über Ihre Ausführungen vorhin gegenüber Herrn Hartmann denn Sie sollten genau wissen dass es auf Landesebene eine völlig andere Rechtslage gibt dort geht es gerade darum das Quorum zu senken Resultat wäre dass dann sehr wenige einfach entscheiden über welche Themen wird abgestimmt und es anschließend keinerlei Maßgabe mehr gibt wie viele Personen müssten denn dann an dieser Befragung teilnehmen oder umgekehrt es gibt nicht mal ein Zustimmungsquorum also weder in Zustimmung noch ein Beteiligungsquorum und das ist eine völlig andere Sache als hier das mal zur Klarstellung Nummer zwei Wo war 2005 wir haben 2010 ich bin heute Stadträtin ich freue mich dass ich nicht nur meine Stadt weiterentwickelt hat sondern auch die CDU da steht selbstverständlich auch drin im Wahlprogramm dass für uns Bürgerbeteiligung etwas wichtiges ist etwas wo ich vorher schon immer mal doch ein bisschen in die anderen Parteien geguckt habe und davon ausgegangen bin dass das was da drin steht wo wir als junge CDUler vielleicht schon ein Stück weiter sind als das andere waren vor zehn Jahren dass sie das tatsächlich so meinen dann höre ich gerade von Herrn Schmelich und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sie wollen Bürgerwille instrumentalisieren ja natürlich geht es um Bürgerwille geht es immer Bürgerwille instrumentalisieren damit die zur Wahl gehen damit das bei der Oberbürgerwais zur Wahl drankommt natürlich geht es bei einer Wahl und geht es bei allen Entscheidungen darum dass der Bürgerwille entscheidet wenn es denn bei einem Bürger entscheid bei einem Bürgerbegehren nicht um den Bürgerwillen geht und bei all dem was bei ihnen im Programm steht warum denn dann also das ist völlig obskur und Herr Arbonarius wenn ich bei Ihnen auch nochmal ansetzen darf dann bin ich doch sehr verwundert über ihre Aussagen zu 27.000 in Dresden lebende Bürger oder eben die 22.000 die wir jetzt haben die nachweislich jetzt unterschrieben haben das Quorum also erreicht ist wenn man sich mal anschaut wie viele Dresdner haben eigentlich ihre Stimme für die SPD gegeben bei der Kommunalwahl dann waren das 84.000 Stimmen gehe ich davon aus dass das jeweils drei Stimmen waren dann sind das 28.000 Personen welche Personengruppe ist für Sie eigentlich relevant das ist wirklich da sollten Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen so jetzt haben wir den Herrn Engelmayer dann den Herrn Karten genau wir haben ja jetzt schon viel gehört zur Zulässigkeit und ob das nur kassatorisch ist oder nicht der Herr Zastrow war ja eigentlich am schnellsten schon bevor es angefangen hat mit den Unterschriften sammeln hat eine SZ verkündet wir wollen die Entscheidung von rot grün rot kippen das war eindeutig auch die Frage ist eindeutig Sie hätten uns diese Schwierigkeiten und auch ihr gescheitertes Bürgerbegehren erspart wenn Sie die Frage einfach etwas deutlich formuliert hätten hätten Sie in die Frage in die Entscheidungsvorlage hineingeschrieben 2016 Sie sofort keine kassatorische wäre niemand drauf gekommen haben Sie nicht gemacht ich weiß nicht warum auch der Herr Hartmann hat ja eingeräumt danke Herr Zastrow beißen Sie mal ganz kurz in den Tisch beißen Sie mal ganz kurz in den Tisch danke meine Güte auch der Herr Hartmann hat ja eingeräumt dass es kassatorisch ist wenn Sie ihm zugehört haben und wenn Sie jetzt lautstark Bürgerbeteiligung fordern ja okay dann rede ich tatsächlich nicht mit Ihnen Herrn Zastrow sondern rede ich mit Herrn Hartmann denn der sächsische Landtag lässt eben gerade nicht ausländische Mitbürger außer EU an den Bürgerbegehren teilnehmen auch 17-Jährige dürfen im Moment daran nicht teilnehmen das sollte alles abgeschafft werden da sind wir ja das machen wir hier im Stadtrat leider geht es nicht zum Ratsbegehren ja lassen sie uns mehr Ratsbegehren machen lassen sie uns gemeinsame Fragestellungen finden die diese Zweidrittelmehrheit erreichen denn wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Stadtrat für Stadtratsbegehren und wenn sie mit einer Entscheidungsvorlage anrücken wo wir hier wie viele Stunden reden wir jetzt darüber seit wie vielen Stunden reden seit wie vielen Stunden reden wir hier über diese Entscheidungsvorlage hätten sie bitte diese Entscheidungsvorlage vielleicht mit ein paar mehr Stadträten als nur ihren abgestimmt dann wäre vielleicht eine Zweidrittelmehrheit machbar gewesen aber nein sie haben eine eine undeutliche Entscheidungsvorlage gewählt und jetzt können sie nicht damit leben dass sie keine Zweidrittelmehrheit haben tut mir leid tut mir leid ja es tut mir leid ja es tut mir leid meine Damen meine Herren ein bisschen mehr Konzentration und dann eben auch dass wir so langsam uns dann auch konzentrieren dass wir den Punkt dann mal zu Ende bringen können wir sind nach 22 Uhr ich will das jetzt nicht kommentieren ob wir jetzt eine Werbeshow für den Stadtrat abgeben oder nicht oder ich habe im Moment noch und ich sehe den Geschäftsordnungsantrag aber ich habe derzeit auf der Rednerliste eins zwei drei auf alle Fälle noch Herr Schollbach Geschäftsordnungsantrag Herr erster Bürgermeister kein Geschäftsordnungsantrag sondern eine Bitte verbunden mit einer Aufforderung Stadtrat Engemeier Mitglied meiner Fraktion war im Grunde eben nicht in der Lage seine Rede hier störungsfrei vorzutragen er wurde von CDU und FDP regelrecht niedergebrüllt ich erwarte dass Sie dann als Versammlungsleiter einschreiten und die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion zur Ordnung rufen Applaus Dann ist als nächster Herr Katentran dann Herr Wirtz sehr geehrter Herr erster Bürgermeister meine sehr geehrten Damen und Herren auch mit fortschreitender Debatte ist natürlich immer wieder die Frage spannend wie wirkt das eigentlich draußen ich habe es vorhin gesagt und möchte es an der Stelle wiederholen und ich habe so den Eindruck dass gerade Herr Schollbach das ist zumindest meine persönliche Einschätzung der Debatte nur schwer folgen kann oder ihr gar nicht gewachsen ist ich will das auch begründen ich möchte das auch begründen da wird also von Eierschecke gesprochen da wird von Eierlikör gesprochen und da werden hier wüste Behauptungen in den Raum geworfen wo zumindest das Thema des Eierlikörs Herr Schollbach nicht stimmt ich selbst habe Stimmen gesammelt ich habe niemanden mit Eierlikör dazu verführt Unterschriften abzugeben sondern ich habe glaube ich diejenigen die unterschrieben haben mit guten Argumenten überzeugen können oder ich habe Argumente geweckt dass am Ende unterschrieben wurde und es ist auch denke ich denjenigen die hier 27.000 Unterschriften mittlerweile gesammelt haben auch völlig unangemessen so einen Beitrag hier zu leisten und davon zu reden dass all diejenigen die hier unterschrieben haben mit Eierlikör geködert worden wären Herr Schollbach dafür sollten Sie sich schämen und wenn ich dann von einem Mitglied ihrer Gemeinschaft höre es gibt offensichtlich Unterschiede bei Bürgerbegehren es gibt gute Bürgerbegehren und es gibt weniger gute Bürgerbegehren und das hängt davon ab ob der Debatteninhalt der den Bürgern zur Entscheidung gestellt wird gut ist oder nicht gut ist dann sind wir in der Bananenrepublik und wenn Sie da hinten das als Unsinn abtun dann sollten Sie sich bitte nochmal mit Herrn Schmelich unterhalten der nämlich genau dieses Argument gebracht hat es würde ja bei diesem Bürgerbegehren um gar nicht so eine wichtige Frage gehen und weil das so ist ist dieses Bürgerbegehren dann auch weniger wert meine Damen und Herren wo leben Sie denn gehen Sie doch mal raus zu den Leuten gehen Sie doch mal raus zu den Leuten denken Sie doch bitte nochmal nach bevor Sie diesen Anflug von Hass hier mir entgegensprühen denken Sie doch mal nach ja Sie müssen mal raus aus Ihren politischen Zirkeln und raus zu den Menschen und mal sich anhören wie das wirkt richtig was sollten Sie tun und dieses absurde Argument was Sie hier bringen wir würden versuchen das am Tag der OB-Wahl stattfinden zu lassen dann überlegen Sie doch mal was die Leute da draußen interessiert die haben es schon mitgekriegt dass es wichtig ist das an diesem Tag zu machen und keinen zusätzlichen Tag irgendwann irgendwie zu wählen weil das kostet richtig Geld und wissen Sie welches Geld das ist das ist das Geld das Geld der Bürger und deshalb interessiert die Leute das und deshalb ist es vernünftig das an diesem Tag zu machen und wenn Sie sich mal an das Jahr 2004 und 2005 erinnern da hatten wir im Jahr 2004 eine Kommunalwahl da sind 50% zur Wahl gegangen ein Jahr später war der Bürgerentscheid Waldschlösschenbriege da sind 55% zur Wahl gegangen das zeigt doch dass eine Abstimmung über eine konkrete Sachfrage die Leute dazu bringt auch zur Wahl zu gehen und was kann uns denn Besseres passieren als wenn an dem Tag der Oberbürgermeisterwahl möglichst viele ihr Wahlrecht wahrnehmen das ist mir sehr recht und da gehen Leute hin die werden ihren Kandidaten wählen und da werden Leute hingehen die wählen unseren Kandidaten aber es werden hoffentlich mehr Leute hingehen und das muss unser Ziel sein letzter Satz Herr Arvenarius was Sie gesagt haben das stimmt mich schon ein bisschen nachdenklich also wenn Sie hier erklären dass Sie im letzten Jahr einen hart erkämpften Beschluss hier herbeigeführt haben zu den Sonntagsöffnungszeiten und dann sagen dass das jetzt eigentlich alles etwas lästig ist was hier daherkommt dann ist das für mich eine Aussage dass das was der Bürger hier erklärt mit seiner Unterschrift Ihnen lästig ist und jetzt haben Sie doch die Katze aus dem Sack gelassen und das ist bezeichnend vielen Dank so als nächster Herr Wirtz dann Herr Fischer ja liebe Stadträte liebe Stadträte ist heute viel bemüht worden die direkte Demokratie dann schauen wir uns mal die Entscheidung an Bürgerstimme e.V. macht Unterschriftensammlungen für Bürgerbegehren und wenn man das sieht dann kommt man als erstes auf die Namen also die Persönlichkeiten die ihren Namen für diese Bürgerstimme e.V. hergeben das ist der Herr Zastrow der Herr Hartmann und der Herr Fischer und das sind genau die großen Zampanos von den Vereinen die bisher unter anderen Mehrheitsverhältnissen hier im Stadtrat bestimmt haben wie die Sonntagsöffnungszeiten laufen und da ist die erste Frage der Unglaubwürdigkeit warum fällt es denn den Herren gerade jetzt ein wo das mal anders entschieden wird einen Bürgerentscheid zu machen wo sie das jahrelang nach eigenem Gusto entschieden haben das passt mir nicht zusammen ich denke mal hier ist nicht die Bürgerstimme am Werk sondern hier ist im Prinzip eine politische Instrumentalisierung der Sonntagsöffnungszeiten betrieben worden mit dem Ergebnis dass es schief gegangen ist das nächste ist jetzt sollen wir überlegen jetzt sollen wir überlegen wie viele Tausend Stimmen wir hier vom Tisch wischen ich habe eine ganz andere Überlegung ich überlege die ganze Zeit wie viele Tausend Euro wischen wir hier eigentlich vom Tisch Tausende Euros für gedungene Stimmsammler Tausende Euros für Plakate Tausende Euros für gekaufte Annoncen in Dresdner Tageszeitung meine Damen und Herren wir reden hier nicht über direkte Demokratie wir reden über gekaufte Demokratie und das müssen wir ablehnen ich nehme an dass das meine Redezeit zugeschlagen wird ich warte so lange bis Ruhe ist und bis sich hier die rechte Seite beruhigt hat ich wäre durchaus bereit einem Bürgerbegehren wie auch immer zuzustimmen ich habe die Erfahrung gemacht die Frage Sonntagsöffnungszeiten oder nicht ist vielen Leuten unbehaglich es steht eine Entgrenzung der Sonntagsarbeitszeiten ins Haus das heißt über den vergifteten Köder der Sonntagsöffnungszeiten wird dann auch da können dann auch die Kindergärtnerinnen arbeiten gehen weil die Verkäuferinnen müssen ihre Kinder ja irgendwo hinbringen dann ist auch die Frage wenn sonntags geöffnet wird dann könnten auch notfalls die Ingenieure in die Büros gehen weil ich kann auch dann sonntags einkaufen gehen also es ist sozusagen dieses neoliberale Denken des Entgrenzens von Arbeitszeiten das lehnen wir natürlich mal ab aber ich habe gesagt ich würde dem durchaus zustimmen weil ich halte die Diskussion vollkommen offen ob sich überhaupt viele daran beteiligen weil viele sagen auch es ist egal aber es ist eine andere Frage und da hätte ich eine Aufforderung an Sie dann legen Sie doch mal die Finanzen dieses Bürgerbegehrens offen da möchte ich doch mal wissen wer hat denn die Plakate bezahlt wer hat denn die Annoncen bezahlt wo kommt denn das Geld her steht da nicht am Ende ist das nicht am Ende die Bürgerstimme sondern ist es die Stimme der Verbände der Wirtschaftsverbände der Wirtschaftslobby die da hinterher steht und hier sozusagen wir es mit gekauften Stimmen zu tun haben meine Damen und Herren hätte sich hier eine Vereinigung gegründet von Bürgern die nicht zu verortet sind innerhalb von Parteien und in Wirtschaftsverbänden dann könnte man das machen aber ich halte dieses Bürgerbegehren von hinten und von vorne für gekauft und deswegen lehne ich es ab so jetzt haben wir den Herrn Fischer und dann haben wir die Frau Filius Jene schönen Dank Herr Blümel und der letzte Redner dass Sie mich genannt haben ich gehöre zu den Initiatoren Bürgerstimme aber ich bin heute glücklich dass ich meine Schüler nicht mit in die Zuschauertribüne gebracht habe die jungen Bürger die hätten sich heute mit mir geschämt das war kein Lehrstück was wir gemacht haben aber ich möchte zwei Sätze noch sagen zu meiner Vergangenheit weil ich immer so hier rüber geschoben werde wir haben als wir Bürgerfraktion waren dermaßen gekämpft in unseren Fraktionssitzungen dienstags da waren wir oft länger als der Stadtrott da waren wir bis 23 Uhr da wir haben uns lange mit allem auseinandergesetzt und sind oft über unseren Schatten gesprungen das war eigentlich unsere Leistung die Medien haben Mist geschrieben von wegen Zünglein an der Waage so haben wir uns nie gefühlt wir haben Sachpolitik gemacht und haben gerungen drum und wenn wir vom Bürger was mitbekommen dann haben wir das aber auch durchgesetzt und dann waren wir mal hier und dann waren wir hier wir waren keine Betonköpfe könnt ihr nie mal über euren Schatten springen und diesen blöden Parteien Krieg lassen es ist beschämend danke Frau Miozene bitte ja erster Bürgermeister liebe Kolleginnen und Kollegen ich fasse mich ganz kurz wenn hier immer behauptet wird und vor allem von der Seite vor allem von Ihnen Herr Kaden wir würden immer nur für die Bürgerentscheide stimmen die uns passen dann kann ich sagen ich habe hier im Haus ich erinnere also zwei die ich wirklich sehr lebhaft vor mir habe das eine ist der Bürgerentscheid Waldschlösschenbrücke dem habe ich hier in diesem Haus das heißt im Rathaus drüben nicht in diesem aber im Rathaus habe ich zugestimmt und Sie können mir glauben nach wie vor das Ergebnis ist heute noch keins was mich beglückt aber das war so da habe ich zugestimmt wohlwissend welche Gefahr wir damit einlaufen eingehen das zweite war Krankenhäuser da haben Sie mir heute große Vorträge gehalten und gesagt ja und mit den Krankenhäusern und so weiter ich kann nur sagen wir haben auch wohlwissend welches Risiko wir damit eingehen und wo wir auch politisch wirklich dann zu kämpfen haben obwohl ich bis heute noch der Meinung bin dass wir auch da die richtige den richtigen Weg eigentlich vor Augen hatten wir haben dem damals zugestimmt Sie haben ihm nicht zugestimmt jetzt erzählen Sie mir bitte nicht wir würden hier nur Bürgerentscheidend zustimmen wo wir uns sozusagen ausrechnen zu gewinnen oder was wir gut finden und das letzte da wiederhole ich was mein Kollege Michael Schmelich gesagt hat ich verstehe nicht warum Sie sich so aufregen auf der einen Seite sagen Sie es geht gar nicht um 2015 weil um zu sagen es ist kein kassatorisches Bürgerbegehren gut dann sage ich mal dann haken wir 2015 ab das ist dann in jedem Fall so wie wir das beschlossen haben und 2016 wo Sie sagen jetzt geht es plötzlich darum kriegen wir ja das Thema hier wieder und können es in aller Ruhe von vorne und hinten und von allen Seiten wieder beraten und dann kann ich sagen dann können wir mit Zeit und Überlegung was wollen wir die Bürger da eigentlich fragen geht es dann vielleicht tatsächlich wirklich nur um vier geht es da um zwei geht es da generell um Ladenöffnung es gibt ja auch Länder Sie kennen meine Position die ist sehr restriktiv aber es gibt Länder die haben keine Sonntagsruhe ja also ich will nur sagen dann kann man ja da mal grundsätzlich drüber nachdenken aber jetzt an dieser Stelle wenn es nicht um 2015 geht dann ist doch egal dann haben wir doch entschieden und alles andere kann man dann für 2016 in Ruhe betrachten danke so meine Damen meine Herren ich habe tatsächlich im Moment erstmal meine die Rednerliste abgearbeitet gibt ich habe auch schön notiert es ist wir haben jetzt schon einige die jetzt kaum noch in die Lage kommen nochmal reden zu können weil sie schon zweimal geredet haben aber es gibt schon noch genügend die das könnten bevor wir dann in die Abstimmung eintreten mit ihrem Vorschlag Herr Dr. Brauns komme ich aber nie zurecht es gibt entweder einen Ersetzungsantrag der gilt es in der Gänze ich kann aber nie punktweise über eine Ersetzung abstimmen darf ich es vielleicht nochmal erklären wenn der wenn der Punkt 1 abgelehnt wird dann dann ist das Bürgerbegehren als solches das Bürgerbegehren abgelehnt dann ist aber der Beschlusspunkt 2 so wie er formuliert ist wenn er eine Zweidrittelmehrheit erreicht ein Stadtratsbegehren und dann das eine hat dann mit dem anderen wenn sie so wollen formal nichts zu tun und dann gehen es geht für das eine wieder die anderen Punkte drei fortfolgende gelten sowohl das sind ja technische Umsetzungspunkte die sowohl für das Bürgerbegehren als auch für das Stadtratsbegehren gelten und deswegen macht es Sinn weil wir hier eine punktweise Abstimmung zu machen die punktweise Abstimmung wird dann deswegen Ziffer 1 isoliert und zwei fortfolgende im Block ebenfalls isoliert und ich darf hier gleich für beides namentliche Abstimmung beantragen also gehen tut es nicht um das mal ganz ehrlich zu sagen weil es kann das eine beschlossen werden das andere nicht es gibt einen Ersetzungsantrag Sie können auch von mir aus mehrere Ersetzungsanträge stellen die in einer verschiedenen Reihenfolge dann abgestimmt werden aber ich stimme nicht punktweise über einen Ersetzungsantrag ab Punkt und entweder Sie stellen den Antrag und sagen es ist Sie gehen als weitestgehende sagen Sie den so wie er in allen Punkten vorgelegt ist und dann gibt es wenn der nicht durchkommt sagen Sie einen zweiten Ersetzungsantrag der nur die Punkte 2 fortfolgende beinhaltet das können wir machen aber ich kann nicht eine punktweise Abstimmung da kommt Unsinn raus Also mit dem Verfahren wenn ich es richtig verstanden habe ich darf das mal wiederholen ob ich es richtig verstanden habe wir stimmen erst den gesamten Antrag ab und falls dann dieser Antrag abgelehnt wird dann wird ein dann kommt ein zweiter Ersetzungsantrag der nur die Punkte 2 bis Ende beinhaltet genau ja okay so können wir es machen so so gibt es weitere noch Wortmeldung oder Anträge ansonsten wird das Verfahren so auslauten wie wir das gerade hier beschrieben haben in den Abstimmungen und wenn die beiden keine Mehrheit haben dann würden wir über die normalen federführenden Ausschussberichte abstimmen ja ja ich habe das schon gesehen ich kann sie nochmal zur Ende erläutern Und dann kommen wir dutzende Fragen weiter hoch. Herr Ingemann. Genau. Wie der Herr Brauns gerade ausgeführt hat, geht es ja bei der zweiten Abstimmung, also nur Ersetzungsantrag Punkt 2 und fortfolgende, dann darum, ein mögliches Stadtratsbegehren irgendwie auf den Weg zu bringen, wofür ja eine Zweidrittelmehrheit vorgesehen ist. Die Ersetzung von Anträgen erfordert ja aber eine einfache Mehrheit. Richtig? Wie wird dann ein Verfahren? Also in dem ersten Abstimmung müssten wir eine einfache Mehrheit erreichen, wenn also die so wieder ersetzend insgesamt ist. Wenn wir dann nur die Punkte 2 fortfolgen haben, bräuchten wir dann eine Zweidrittelmehrheit. Wenn die nicht zustande kommt, stimmen wir über den federführenden Ausschussbericht an. Und das dreimal namentlich? Das mache ich doch nicht ernst. Also, ich frage nochmal, alle drei Abstimmungen namentlich? Dann beginnen wir mit der ersten Abstimmung. Und der wird, Herr Krien möchte auf. Also, Herr Hilbert, es ist schon kurios, wenn ein Richter nicht weiß, was er beantragen muss. Wenn er namentliche Abstimmung beantragt, braucht er eine Mehrheit. Wenn er Wiederholung der Zählung beantragt, ist das ein individueller Antrag. Er hat namentliche Abstimmung. Dann lassen Sie bitte abstimmen, ob es eine Mehrheit für namentliche Abstimmung gibt. Ich habe das akustisch nie verstanden. Es sind zwei verschiedene Anträge. Wiederholung der Zählung oder namentliche Abstimmung. Er hat namentliche Abstimmung beantragt. Also müssen Sie sehen, ob es für die namentliche Abstimmung eine Mehrheit gibt. Ich habe ja nur gesagt, ich habe Sie akustisch nie verstanden. Aber in der zweiten Fassung ging das dann. Noch ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Dr. Lahmes. Nein, noch nicht. Ich sammle gerade, weil Sie Geschäftsordner unterwegs waren. Also, namentliche Abstimmung ist beantragt. Wer für die namentliche Abstimmung ist, den bitte ich jetzt im Zeichen. Das ist die deutliche Mehrheit. Insoweit brauchen wir das, glaube ich, die beiden auszählen. Und können jetzt einsteigen in die namentliche Abstimmung. Und da wäre der Ersetzungsantrag zunächst, wie er uns vorliegt, in den Punkten 1 bis 5.3. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, wäre jetzt gefragt. Und das rufen wir mal schön auf. Also, ich beginne. Frau Arnert. Frau Apel. Herr Arvinarius. Frau Bako. Herr Bartels. Herr Bauer. Frau Bischofberger. Herr Blümel. Herr Böhm. Herr Dr. Böhmekon. Herr Bösel. Nein. Herr Dr. Brauns. Nein. Frau Gaspari. Nein. Herr Cornelius. Nein. Herr Dr. de Kamerli. Herr Donhauser. Herr Dreefs. Nein. Herr Ecke. Nein. Frau Eichner. Herr Engelmeier. Nein. Herr Engler. Frau Filius-Jene. Nein. Herr Fischer. Nein. Herr Flemming. Nein. Frau Frohwiese. Nein. Frau Dr. Geitsch. Nein. Herr Dr. Gebe. Herr Genschmer. Nein. Herr Gielke. Nein. Frau Grundmann. Nein. Herr Grundmann. Nein. Herr Grundmann. Frau Harzendorf. Herr Hassler. Nein. Herr Heinrich. Nein. Frau Hinz. Herr Hoffsommer. Nein. Frau Ile. Nein. Herr Kapott. Nein. Herr Karten. Nein. Herr Karten. Frau Dr. Kaufmann. Herr Kiesling. Nein. Herr Klein. Nein. Frau Klepsch. Nein. Herr Krause. Herr Grin. Nein. Herr Krüger. Nein. Herr Dr. Lames. Herr Lichti. Nein. Herr Löser. Frau Malberg. Nein. Herr Mathis. Nein. Frau Müller. Nein. Herr Musculus. Nein. Frau Mut. Nein. Herr Naumann. Nein. Herr Rentsch. Nein. Herr Dr. Reuter. Nein. Herr Schmelig. Nein. Herr Schollbach. Nein. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Nein. Herr Schulze. Nein. Herr Stahlmann-Fischer. Nein. Herr Thiele. Nein. Herr Urban. Ja. Herr Vogel. Ja. Frau Anke Wagner. Ja. Frau Kerstin Wagner. Nein. Frau Walter. Ja. Herr Wirtz. Nein. Und Herr Zastrow. Ja. Ja. demn. Also es haben 32 Stadträte und Stadträte mit Ja gestimmt und 35 Stadträte und Stadträte mit Nein, keine Enthaltung, damit wäre das abgelehnt. Jetzt ist ja dasselbe Verfahren nochmal, bei den Punkten jetzt 2 bis 5,3, hier wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Und ich frage, rufe erneut dann zur Abstimmung auf, beginne Frau Ahnert, Frau Apel, Herr Abinarius, Frau Bako, Herr Barthels, Herr Bauer, Frau Bischofberger. Bitte ein bisschen leiser, das ist ganz schlecht sonst zu verstehen. Herr Blümel, Frau Böhm, Herr Böhm, Entschuldigung, es geht langsam los. Herr Dr. Böhm, Herr Böhm, Herr Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Donhauser, Herr Drehs, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeier, Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming. Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmer, Herr Gielke, Frau Grundmann, Herr Grundmann, Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz, Herr Hoffsommer, Frau Ile. Herr Karpot, Herr Karten, Frau Dr. Kaufmann, Herr Kiesling, Herr Klein, Frau Klepsch, Herr Krause, Herr Krien, Herr Krüger, Herr Dr. Lames, Herr Lichty, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller. Herr Kieslinger, Herr Musculus, Frau Mut, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Herr Schmelig, Herr Schollbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer, Herr Thiele, Herr Urban, Herr Vogel, Frau Anke Wagner. Frau Kerstin Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirtz und Herr Zastrow. Also das Ergebnis dieser Abstimmung lautet 34 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen ist zwar eine einfache Mehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit, damit auch abgelehnt. Damit kommen wir zur letzten Abstimmung für den heutigen Tag über den federführenden Ausschussbericht. Auch das machen wir namentlich. Ich beginne Frau Anert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barco, Herr Bartels, Frau Barco, haben Sie nicht gehört? Frau Barco, bitte nochmal. Herr Bartels, Herr Bauer, Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhmekon, Herr Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari, Herr Kornelius, Herr Donhauser, Herr Donhauser, Herr Trevs, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmer, Herr Gielke, Frau Grundmann, Herr Grundmann, Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz, Herr Hoffsommer, Frau Ile, Herr Kapott, Herr Karten, Frau Dr. Kaufmann, Herr Kießling, Herr Klein, Frau Klepsch, Herr Krause, Herr Krien, Herr Krüger, Herr Dr. Lahmes, Herr Lichti, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mathis, Frau Müller, Herr Musculus, Frau Mut, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Herr Schmelig, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer, Herr Thiele, Herr Urban, Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirtz, und jetzt hast du. Herr congratulate Herr Stahlmann-Fischer, Herr Rudolph, Herr Dr. Stahlmann-Wiss, Herr Schmel, Herr Notchmanian, Herr Stregg, Frau Lok amigos 509-50, Herr Gershen 169-2019, Herr Moritz, Herr Krüger, Herr مس 보�mlegt C Also, der federführende Ausschussbericht hat das folgende Ergebnis gebracht. 35 Ja stimmen, 32 Nein stimmen, keine Enthaltung und damit angenommen. Damit sind wir zumindest zeitlich durch den heutigen Tag durch. Und ich beende die Sitzung und freue mich wahrscheinlich morgen, dass es viele zusätzliche neue OB-Kandidaten gibt, die dann noch darauf scharf sind, das hier zu leiden. Ich wünsche einen schönen Feierabend.